Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 105 und wir nehmen heute am Samstag, den 16. März 2024 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg. Und am anderen Ende der Leitung sitzt die Head of Content des ESC Greenroom, Sonja Riegel. Hallo Sonja, ich grüße dich. Hallo Sascha und das wird sich gleich noch erklären, warum Head of Content. Ja, genau. Wir haben nämlich eine pickepacke Folge heute. Pickepacke volle Folge, so wollte ich sagen. Und das ist sehr, sehr interessant geworden. Und ja, da könnt ihr sehr gespannt sein auf das, was euch da heute erwartet. Also ich vermute mal, wir werden heute eine sehr lange Folge machen, aber das ist auch richtig so, denn die ESC-Saison hat ja auch so richtig Fahrt aufgenommen. Ja, Sonja, ansonsten, wie geht's dir? Alles gut? Ja, es ist so, weißt du, heute, du hast ja gesagt, 16. März, heute ist ein Samstag. Wir nehmen jetzt auch abends auf und es fehlt mir so sehr, es sind keine Vorentscheide mehr. Die Saison ist vorbei, die Vorentscheid-Saison. Was mache ich mit so einem Samstagabend? Deswegen, wenn du mich fragst, wie es mir geht, ich fühle gerade eine gewisse Leere. Ja, aber die füllen wir ja jetzt, indem wir sozusagen einen eigenen Vorentscheid sozusagen machen. Ja, gut, wir versuchen es. Wir versuchen es auf jeden Fall. Und ja, wir wollen eigentlich auch gleich einsteigen. Für alle die, die sich zum ersten Mal hier eingeschaltet haben, wir machen hier einen Podcast über den Eurovision Song Contest und wir verfolgen hauptsächlich die aktuellen Entwicklungen sozusagen. Wir haben ja heute, Stand heute, haben wir ja auch die fertige Line-Up für den Eurovision Song Contest 2024. Über einige neue Entries werden wir heute noch sprechen. Es geht auch noch um zwei Vorentscheide. Sonja hat da eben gerade drüber gesprochen. Ja, und der nächste Eurovision Song Contest ist natürlich für den Mai geplant, nämlich am 7. und am 9. Mai. Da sind die beiden Semifinals. Die überwiegende Zahl der 37 Teilnehmer müssen sich ja nochmal in einem der beiden Semifinals für das Finale qualifizieren, was dann am 11. Mai 2024 ist. Das Ganze findet in Schweden, in Malmö statt, in der gleichnamigen Malmö Arena. Dies auch schon in Malmö zum dritten Mal in der ESC-Geschichte. Ist noch gar nicht so lange her, dass das auch schon mal in der Malmö Arena war, nämlich 2013. Und jetzt sind wir natürlich sehr, sehr gespannt. Für alle die, die das von zu Hause aus verfolgen wollen, da hat es jetzt auch schon Meldungen darüber gegeben, wo kann man sich denn das im deutschen Fernsehen nämlich anschauen. Nämlich man hat sich wieder entschieden, die beiden Semifinals bei One auszustrahlen. Und das große Finale wird dann natürlich wieder im Ersten übertragen. Und das Ganze wird am Finalabend dann vor und nach dem Finale mit einer Gemeinschaftssendung von der ARD, ORF und dem Schweizer Fernsehen live aus Malmö übertragen. Natürlich wieder mit Barbara Schöneberger und Gästen. Und ja, ich würde mal sagen, zumindestens auf die Semis und das Finale können wir uns da sehr, sehr freuen. Ja, und es gibt natürlich auch wieder neue Infos rund um diesen aktuellen ESC. Ich habe eben schon angekündigt, die Line-Up für den ESC 2024 ist bereits komplett. Wir haben selber auch eine Spotify-Playlist mit der Line-Up vom ESC24 findet ihr auf escgreenroom.de unter anderem diese Playlist. Die könnt ihr auch sozusagen abonnieren und dann kriegt ihr auch immer die auch nochmal so Rerams oder so nochmal mit. Und wir haben auch eine Tabelle mit allen Teilnehmenden und mit den YouTube-Videos. Das findet ihr dann sowohl auf escgreenroom.de als auch in den Shownotes zu dieser Folge. Aber es hat auch neue Regeln gegeben. The Regeln sind The Regeln beziehungsweise ja Veränderungen, nämlich die Big Five und Gastgeber Schweden. Zu den Big Five gehört ja unter anderem auch Deutschland. Das war ja in den vergangenen Jahren immer so, dass der Gastgeber und die Big Five wurden ja immer nur in so einem kleinen Teaser-Video in den jeweiligen Semis, in denen sie da mit abstimmen dürfen, eingespielt. Und jetzt soll es sogar so sein, dass die Big Five in das Semifinale unter die normalen Acts gemischt werden und sozusagen live und in voller Länge dort auftreten werden, sodass sie dann auch die Möglichkeit haben, nochmal einem breiteren Publikum sich schon mal bekannt zu machen. Findest du das gut, Sonja, dass das jetzt auch eine Möglichkeit gibt, dass die Big Five und der Gast sich noch besser präsentieren können? Find ich auf jeden Fall gut. Also es ist so ein bisschen, ja, was heißt Chancengleichheit, aber es macht es so ein bisschen gleicher, dass die dann auch ihren Live-Auftritt vor Publikum und vor allem auch vor Live-Publikum im Fernsehen haben. Weil du hast es ja schon angedeutet, es wurde ja immer nur eingespielt. Das heißt, die waren ja teilweise auch in den Probendurchläufen dann schon dabei und haben dann da ihre eigenen Probendurchläufe auch nochmal gehabt. Und davon wurde dann ein Video komplett, ja, also aufgenommen wurde ja wahrscheinlich alles, aber ein Video wurde dann online gestellt und aus diesem Video wurde dann so, weiß ich nicht, 30 Sekunden oder so in der Show abgespielt, plus ein kleines Interview. Und das ist ja doch nicht dasselbe, wie wenn du wirklich einen Live-Auftritt von diesem Act dann schon siehst. Und das haben sie jetzt angeglichen. Ich finde es eigentlich cool. Also ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn es heißt hier, ja, Änderung, EBU hat beschlossen, aber das finde ich eigentlich ziemlich sinnvoll. Eine andere Änderung, da könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass du da auch was anderes dazu sagen könntest. Es gibt nämlich beim Voting eine Veränderung. Das hat es bereits schon 2010 und 2011 irgendwie halt gegeben. Nämlich man kann jetzt im Finale nachher beim ESC bereits schon für einen Song abstimmen, wenn beim Finale der erste Beitrag vorgestellt wird. Also schon während die ganzen Beiträge zum Vortrag kommen, kann man schon bereits mit abstimmen. Und es gibt noch eine Änderung. Seit dem letzten Jahr können ja auch Zuschauer aus nicht teilnehmenden Ländern, das sogenannte Rest of the World, können ja da irgendwie mit abstimmen. Und das soll schon 24 Stunden vor dem Finale auch möglich sein. Wie findest du das denn? Ja, von mir aus. Also da bin ich wiederum relativ leidenschaftslos. Ich weiß nicht, ob es dir da anders geht, weil du es gerade so angeteast hast, als könnte man da eine starke Meinung zu haben. Ich glaube, dieses längere Voting-Fenster, es ist ja jetzt nicht irgendwie endgültig belegt, dass das was bringt oder dass das jetzt einen Riesen-Impact hat. Es ist, glaube ich, es entzerrt so ein bisschen dieses, wenn die ihre Lose ziehen, ob die jetzt in der ersten Hälfte sind oder in der zweiten Hälfte des Finals, dann entzerrt es vielleicht so ein bisschen dieses, oh nein, ich bin in der ersten Hälfte, die Welt geht unter oder dieses, oh, hat zweite Hälfte so gut wie gewonnen. Das kann ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen da den Druck rausnimmt, aber deswegen wird wahrscheinlich der Startplatz 2 trotzdem nicht gewinnen. Aber können sie so machen vielleicht. Ich meine, am Ende kriegen sie dann einfach mehr Votes rein und können dann damit angeben und vielleicht noch mehr Geld generieren, keine Ahnung. Ja, was mich nur so ein bisschen erstaunt hat, ist, was das mit diesen Breath of the World irgendwie soll, dass die irgendwie schon locker einen Tag vorher irgendwie abstimmen können. Das finde ich ein bisschen komisch. Also wir haben das ja schon erlebt jetzt in dieser Vorentscheids-Saison. Da gab es ja auch jetzt so Gaps sozusagen. Die Juries haben dann schon ihre Stimmen abgegeben, aber der Zuschauer konnte noch weiter abstimmen und so weiter. Also das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, warum Rest of the World, das hat wahrscheinlich auch technische Gründe, weil das wird ja so per Kreditkarte kann man da ja sozusagen mitmachen, damit das irgendwie alles so ein bisschen konsistenter irgendwie halt ist. Aber das finde ich trotzdem ein bisschen komisch, dass das mit so einem langen Vorlauf irgendwie schon möglich sein soll. Das finde ich ein bisschen komisch. Da wollen sie halt auch einsammeln, was geht. Ich meine, das ist ja bei jedem eine unterschiedliche Uhrzeit dann, wenn das Finale läuft. Und sie wollen da irgendwie von allen so gut wie möglich Stimmen einsammeln. Und ja, ich motze ja auch immer, und das werde ich auch dieses Jahr wieder, dass wir eine ... Du lachst schon, obwohl ich noch gar nicht sagen würde, das ist gut. Es ist ja auch einfach immer, ich meine, wir sehen da die Punktevergabe von der Jury, das ist das, was großartig zelebriert wird. Und das ist einfach nicht auf Basis dessen, was man vorher gesehen hat, sondern das bezieht sich auf Freitagabend, was so gut wie niemand gesehen hat. Wir können es vielleicht sehen dann wieder, wenn wir uns da pressemäßig einklinken können. Aber kaum ein Fernsehzuschauer hat diese Show gesehen, auf dessen Grundlage die Punkte dann vergeben werden. Also das heißt, wenn sich da jemand derbe versinkt und in der Samstagsshow nicht oder umgekehrt, dann spiegelt das das irgendwie nicht gescheit wider. Und ja, deswegen da ... Da finde ich das jetzt auch nicht mehr so großartig schlimm. Auch wenn es natürlich ... Es ist immer ein bisschen fragwürdig, Deutschland hatte das ja im letzten Jahr auch, dass es ein Online-Voting vorab gab und du hast einfach noch überhaupt nicht den Live-Act gesehen und hast aber schon abgestimmt. Das war auch ein bisschen komisch. Es hat es jetzt nicht total verrissen, glaube ich. Also das heißt dann nicht, dass er absolut Falsche gewinnt. Aber ja, es ist nicht ganz so im Sinne von, da ist jemand, der macht dir was vor und dann sollst du ihn bewerten. Aber na gut. Ja, ich denke mal, also zwei Jahre hat es das ja schon mal gegeben. Dann hat man es wieder abgeschafft. Jetzt führt man es irgendwie wieder ein. Also, ja, also soll man es dann einfach mal ausprobieren. Ist wahrscheinlich eines der harmloseren Änderungen wahrscheinlich, die wir da so erfahren. Es soll aber weiterhin Bestand haben, dass diese ... Das zum einen im Semifinale nur Televoting halt zählen soll, so wie das auch im letzten Jahr schon war. Und im Finale stimmen dann wieder Zuschauer und Jury im Verhältnis 50-50 ab. Ansonsten hat die EBU nochmal verlautbart, dass es in den nächsten Wochen noch eine Verkündung von weiteren Änderungen geben soll. Da zittern wir ja jetzt schon, aber wir lassen uns da nochmal so ein bisschen überraschen. Mal gucken, was Martin sich wieder alles überlegt hat. Also in dem Falle meinen wir Martin Oesterdahl, der Executive Supervisor vom ESC, also der große Chef vom ESC. Ja, der ja so seit seinem Amtsantritt schon so zu gewissen Intransparenzen geführt hat, die dem ESC-Fan nicht immer ganz so geheuer ist, würde ich mal so vorsichtig ausdrücken. Ja, ich glaube, ja, es war kurz nach unserer letzten Folge, da gab es eine Hiobsbotschaft auch wieder aus Deutschland. Der NDR hat bekannt gegeben, dass er einige der Online-Formate einstellen wird auf eurovision.de. Dazu gehört unter anderem der sehr beliebte Songcheck, der ja bis letztes Jahr noch von Alina Stiegler und Stefan Spiegel moderiert wurden. Stefan Spiegel ist ja nach dem ESC 2023 aus persönlichen Gründen dann sozusagen von dieser Moderation dann zurückgetreten. Da hat man natürlich immer noch gehofft, dass es in irgendeiner Form weitergeht. Aber der NDR wird wohl jetzt dieses Format einstellen, ebenso wie dieses neue Format, was es in Liverpool schon gegeben hat, alles Eurovision. Das war so ein bisschen so ein Magazin, so haben sie es ja auch angeteasert, nicht unbedingt nur für den eingefleischten ESC-Fan, sondern sie wollten da auch sozusagen die normal interessierten ESC-Zuschauer auch ein bisschen mit einsammeln. Und ja, und ansonsten, das wird wohl so in der Form erstmal nicht stattfinden. Einen richtigen Rückzug soll es irgendwie halt noch nicht so ganz geben, hat der NDR versprochen. Es soll jedoch, es soll ausführlich weiterhin auch vor Ort nachher berichtet werden in Malmö. Also es soll auch weitere Überraschungen geben. Oh, da haben wir auch schon wieder Angst, ne? Und es soll nach wie vor ein Wiedersehen mit Alina, Consi und auch Marcel halt geben. Und trotzdem hat man natürlich so ein bisschen Angst davor. Das könnte ein bisschen so der Abschied auf Raten sein, dass man jetzt Angst haben könnte, ja, der NDR verflüchtigt sich so langsam in Sachen ESC. Ich finde das erstmal ganz klar an der falschen Stelle gespart. Also, weil die Songchecks waren ja wirklich gut und die Reaction-Videos auch. Also, mir hat das immer total Spaß gemacht beim Zuschauen. Und ich glaube, das ging auch vielen so, wenn man sich da mal umhört. Und stattdessen gab es ja zum Beispiel jetzt dieses, ich will zum ESC. Wir haben es hier ja recht wohlwollend besprochen, diese Hinführung eben. Und einen Act gesucht für einen Vorentscheid. Das ist ja jetzt auch nicht so ganz aufgegangen. Also, ich meine, der Act, der dabei war, ist vorletzter geworden. Und dann, glaube ich, die Zahlen waren auch nicht so gut von dieser Sendung. Und auch wenn wir sie grundsätzlich erstmal eine schöne Idee fanden, steckst du natürlich dann da Budget rein. Und ich weiß jetzt nicht, ob das so direkt miteinander irgendwie abgewogen wurde. Aber dann hast du am Ende da jetzt nichts mehr. Und das ist halt super schade. Und natürlich können wir jetzt erstmal nichts damit anfangen, wenn es heißt, es soll weitere Überraschungen geben. Das ist ja natürlich irgendwie so ein Nullsatz, weil wir keine Ahnung haben, was kommt. Und wenn du mich fragst, könnten sie diese Klamauk-Sachen weglassen, dass irgendwie, dass sie irgendwelche Künstler mehr nerven, als es sein sollte. Also da denke ich so an Conzi, der irgendwie auf der Aftershow-Party rumlief und alle belabert hat. Und ich glaube, Alina hat mal so dieses Popular, ich glaube, Akile Lauro geht nicht mehr vor die Tür, weil er immer noch Angst hat, weil er überhaupt nicht weiß, was ihm da passiert ist, als sie versucht hat, ihn so scherzhaft anzuflirten. Das sind so die Sachen, die ich zum Beispiel nicht brauche. Aber es ist gut, es ist auch wieder Geschmackssache und eigentlich, wie wir gesagt haben, die machen ihre Arbeit ja super und eigentlich sind wir ja froh über alles, was wir von denen sehen und jetzt wissen wir, es wird weniger. Das ist sehr schade. Und leider gibt es dann auch diesem Ich-will-zum-ESC jetzt nochmal so einen Fadenbeigeschmack. Ich habe fast das Gefühl, dass das eine mit dem anderen wahrscheinlich gar nicht so viel zu tun hat, weil ich könnte mir vorstellen, dass dieses Ich-will-zum-ESC von den Kosten her unweit teurer war. Und ich glaube, dass die Songchecks, ich will nicht sagen, nicht aufwendig waren, aber die sind ja schon auch mit sehr viel Liebe, also es sind ja nicht nur Stefan Spiegel und Alina Stiegler, die sozusagen da vorne stehen, sondern auch hinter den Kulissen. Ich habe ja 2018 auch mal die Möglichkeit gehabt, da so meinen Senf zum Jahrgang dazuzugeben und so weiter. Und die machen sich da wirklich alle sehr viel Mühe. Da sind auch Kamera-Leute und Autoren und so weiter, die sich da sehr viel Gedanken gemacht haben. Und das auch ja, ich glaube, seit 2011 gibt es das Ganze ja schon wirklich sehr, mit sehr viel Liebe und immer mehr noch aufgebaut. Also wenn ich so überlege, ganz am Anfang war das, da saßen die Gäste so auf so kleinen Stoffhockern und haben da drüber geredet. Und dann wurde das halt immer so wie jetzt die letzten zwei, drei Jahre in diesem plüschigen Hintergrund und so weiter, so wie so ein Wohnzimmer. Das war schon irgendwie auch ganz toll und es ist halt ja nicht nur etwas, was die Bubble so hinterher trauert, sondern das war schon wirklich auch so geht eigentlich eine auch journalistisch gut durchrecherchierte Begleitung des ESC. Also sicherlich immer auch mit einer belustigenden Note, aber trotzdem auch insbesondere Lina Stiegler hat ja da wirklich auch mit sehr viel journalistischem Sachverstand das Ganze dann auch begleitet. Und das war schon wirklich auch ganz toll. Und ich sage mal, selbst wenn man sagen würde, da haben nur, weiß ich nicht, Summe X zugeschaltet, muss ich immer sagen, ja, dafür ist ja auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk da, dass er auch, ich sage mal, bestimmte Minderheiteninteressen ja auch irgendwie abdeckt und nicht das, was so die breite Masse irgendwie halt unbedingt haben will. Und insofern ist das natürlich sehr, sehr schade, aber ich befürchte fast, dass da, dass immer mehr die Gerüchte wirklich sich bewahrheiten, dass da sich irgendwas nach dem ESC vielleicht auch verändern könnte. Und davor habe ich eigentlich auch tatsächlich ein bisschen, bisschen Angst davor, was da, was da wirklich noch so auf uns zukommt und dass wir uns dann die Federführung des NDR eigentlich nochmal dann irgendwann nochmal wieder zurückwünschen und das dann nicht mehr so geht. Ja, ansonsten, wir werden auf jeden Fall eine Songcheck machen hier im Podcast und das werden wir auch schon mit der nächsten Folge machen. Wir werden in zwei Folgen beide Semifinals und natürlich die Big Five und den Gastgeber Schweden eingehend dann auch begutachten und werden uns dann natürlich auch mit jedem einzelnen Song auch beschäftigen. Und das gehört ja immer auch zu einem Highlight hier auch im Podcast dazu und ich finde, das gehört zu jedem Jahrgang und deswegen muss man sich da auch unbedingt mit so einem Songcheck auch irgendwie beschäftigen. Also da könnt ihr euch dann schon in der nächsten Folge darauf freuen. Wir freuen uns auf jeden Fall auch. Es gibt aber auch trotzdem auch positive Nachrichten, so würde ich das mal sagen, nämlich wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen. Es gab ein ziemliches Hin und Her mit der israelischen Delegation und der EBU. Israel hat bereits zwei Texte eingereicht, einmal Oktober Rain und einmal Dancing Forever. Und die Gremien der EBU haben beide Texte abgelehnt und jetzt gibt es einen dritten Text, nachdem auch wohl der israelische Präsident Itzhak Herzog so ein bisschen vermittelt hat zwischen Kahn und der EBU, weil auch dem israelischen Präsidenten natürlich gelegen ist, dass Israel natürlich auch auf möglichst vielen Plattformen auch stattfindet und im Zuge der ganzen Auseinandersetzung mit dem Angriff der Hamas auf Israel und umgekehrt jetzt die Gegenschläge Israels im Gaza, ist es natürlich auch so, dass einige Länder auch fordern, dass Israel überhaupt nicht an diesem ESC teilnehmen soll und im Zuge dessen haben sie jetzt sozusagen klein beigegeben und es wird jetzt, es gibt jetzt eine dritte Version und die ist jetzt auch zugelassen worden und der Song von Iden Golan heißt Hurricane. Und ja, wir haben uns das ja beide mal angehört, diesen Song. Ist es jetzt besser geworden, Sonja? Naja, wir kennen ja den Song vorher nicht. Wir kennen die Texte aber, ne? Genau, also ich weiß nicht, ob du irgendwas gehört hast, aber gehört haben wir ihn ja nicht. Aber, ähm, ja, der Text, also ich mein, Hurricane basiert ja auf Oktoberreign. Ähm, ist jetzt einfach nur ein bisschen verändert. Ich hab ja beim letzten Mal schon gesagt, dass es wäre vielleicht schon ganz gut, wenn sie einfach den Titel ändern, dass es eben nicht so Bezug hat auf Oktober, eben dann, dass man es nicht ganz so zu dem Hamas-Angriff zuordnen kann. Oder was heißt man? Ich mein, wir können es ja immer noch zuordnen, aber dass die EBU dann irgendwie ruhiggestellt ist oder wenige Argumente hat für sich, um zu sagen, hier so nicht. Ähm, na, ich, was weiß ich, ob es jetzt besser ist oder nicht, keine Ahnung. Aber es ist jetzt regelkonform. Das ist das, was man dazu sagen kann. Es ist jetzt EBU-konform. Sie haben es jetzt entschieden, okay. Es ist auch, es ist auch eine okaye Ballade. Also, das ist, wenn man das jetzt musikalisch betrachtet, es ist okay. Es ist zum Glück aber auch kein Siegerlied. Ähm, da müssen wir uns, glaube ich, jetzt nicht so die Gedanken machen. Ansonsten, weil du gesagt hast, eine positive Nachricht, würde ich jetzt gar nicht sagen, dass das für alle so eine positive Nachricht ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass die EBU jetzt vielleicht gar nicht so glücklich darüber ist. Also, ich meine, das bedeutet ja jetzt völlig unabhängig davon, wie man es politisch bewertet, ist es jetzt einfach, ich meine, du hast eine Sicherheitslage, die jetzt schwierig ist. Du hast da eine Delegation, die irgendwie ankommt, die wahrscheinlich auch mit, ja, was soll man sagen, irgendwie mit Scheiße beworfen wird, die sich da irgendwie Antisemitismus anhören muss. Und, also, das ist ja alles, ich weiß nicht, ob das jetzt so dem Wettbewerb gut tut. Natürlich, dass die EBU, kann ich mir vorstellen, hätte das jetzt auch ganz gut gefunden, wenn Israel halt nicht teilnimmt, um einfach diesen Stressfaktor nicht zu haben, weißt du? Ja, stimmt, die beiden anderen Songs kennt man jetzt nicht, aber man kennt ja halt alle drei Texte und ich habe mich bei dem Text von Hurricane eigentlich, ehrlich gesagt, jetzt ein bisschen gewundert, was daran jetzt anders oder besser sein soll oder regelkonformer als eigentlich bei den anderen beiden. Man kann eigentlich bei allen drei Texten hineininterpretieren, es geht irgendwie um den 7. Oktober und über das, was in dem Land eingebrochen ist und das finde ich eigentlich ein bisschen komisch, dass das jetzt irgendwie, und was anderes hatte ich auch ein bisschen, da habe ich mich auch ein bisschen dran gestört. Es gab jetzt am vergangenen Sonntag, also am 10. März, gab es jetzt dann die Veröffentlichung des Videos von Iden Golan, von diesem Hurricane. Da habe ich noch so gedacht, dieses Video hat man doch jetzt nicht innerhalb von einer Woche oder von drei, vier Tagen irgendwie produziert. War das letztendlich nicht doch auch schon vorher alles bekannt, dass das, das ist natürlich jetzt Spekulation, ich kann es nicht belegen, aber da habe ich noch so gedacht, okay, dieses Video, so wie wir das jetzt irgendwie sehen, das produziert sich jetzt nicht innerhalb von zwei Stunden oder drei Tagen oder so. Das hat einen relativ längeren Zeitraum, also da finde ich so dieses Politisierte auch schon mal so ein bisschen komisch und ja, und was uns da jetzt nachher in Malmö erwarten wird, ja, sind wir mal gespannt. Also ich denke mal so Euroclub-Sachen und so weiter, das wird die liebe Iden Golan wahrscheinlich nicht machen können. Also ich habe neulich jetzt gerade auch noch so einen Artikel gelesen, wo es dann nochmal ganz groß irgendwie, ja, und der Chef vom, ja, Mossad oder so, muss das wohl gewesen sein, ist jetzt gerade vor Ort in Malmö und checkt die Lage und so weiter. Wo ich dann auch so gedacht habe, ja, aber das ist eigentlich ja jedes Jahr so, ne, also das ist, dass die israelische Delegation noch mit eigenen Sicherheitskräften aus, ja, eigentlich aus Gründen auch angereist kommt. Und ja, man wird jetzt mal so sehen, die Stimmung ist natürlich zumindestens auch in Schweden ja eher anti-israelisch und das kann natürlich nochmal so das eine oder andere Problem geben. Wird man alles mal so ein bisschen gucken, also, aber ja, also ich habe zumindestens Fragen und insofern, ja, werden wir mal gucken, wie sich das dann direkt vor Ort dann irgendwie halt darstellt. Ja, aber ist das für dich, hat das irgendwie Siegpotenzial für dich? Nein, nee, also das darüber hinaus, Noah Quirell kann sie natürlich sowieso nicht das Wasser nehmen, aber das war ja auch mehr so unpolitisch, auch wenn jetzt Unicorn ja jetzt auch nochmal, es gibt ja noch eine etwas gediegenere Version, die auch so ein bisschen so jetzt zur Hymne auch dessen geworden ist. Noah Quirell hat sich ja auch sehr engagiert, so für diese ganze Geschichte, sie postet ja auch immer so einige Sachen, aber anyway, jetzt nochmal auf den Song zurückgekommen, ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig. Ich habe mich jetzt noch nicht so damit beschäftigt, in dem Semifinale so mit der Konkurrenz und so weiter, das werden wir jetzt ja nochmal beim Songcheck irgendwie machen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt alle sagen, wow, was für ein Knaller. Oder hat es dich jetzt so vom Stuhl gerissen? Nee, hatte ich ja schon gesagt, dass ich da kein Siegpotenzial sehe, aber es ist ja so, ich meine, wir wissen alle, wie sehr dieser Ukraine-Vergleich hinkt, gerade politisch, aber es war ja jetzt zum Beispiel so, als Kalush Orchestra ankam mit Stefania, da hatte man ja schon so das Gefühl, okay, das würde jetzt auch ohne irgendwelche politischen Einflüsse wahrscheinlich irgendwie so Top 5 oder so sein. Das war einfach ein guter Beitrag, der war dann auch gut inszeniert und so und der hatte dann eben halt auch diesen, ja, wie sollte man sagen, es war halt dann doch irgendwie so Rückenwind und Unterstützung, das wird jetzt Israel nicht in dem Maße haben vielleicht, aber vielleicht dann teilweise irgendwie doch, also weißt du, dass das dann doch auf irgendeine Art im Televoting dir doch einen Boost geben könnte, weil man ruft ja nicht gegen was an, weil man ruft ja für was an und da muss aber natürlich muss irgendwie so eine Basis schon da sein, dass man sagt, das würde jetzt auch so ganz gut abhängen, abschneiden und da würden auch Juries sagen, ja, das ranken wir zumindest so, dass es dann noch Chancen hat, auch durch Televoting irgendwie ganz hoch zu kommen und das sehe ich da irgendwie alles nicht, also das, und vielleicht beruhigt uns das auch ein bisschen, weil sonst müssen wir uns ja damit auseinandersetzen, dann wieder in, haben wir wieder einen Gastgeber mit schwieriger Sicherheitslage und so und wird das dann da stattfinden, wie auch immer und ja, das wäre, glaube ich, dann ganz gut für alle, wenn Israel das jetzt nicht gewinnt in dem Sinne, also einfach, ich denke schon wieder aus EBU Sicht und aus meiner präsigen, ich hätte gerne ruhigen ESC-Sicht, die, glaube ich, woran ich merke, dass ich älter werde. Ja, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt wäre ein ESC in Israel überhaupt nicht möglich, also es ist sicherlich nicht so, so eine gefährliche Lage wie jetzt zum Beispiel in der Ukraine, aber die EBU wird niemals so ein ESC dann nach Israel im Moment vergeben, wenn die gewinnen sollten. Ich glaube, das wird tatsächlich sehr schwierig, aber das stimmt schon, man kann tatsächlich nochmal posthum wirklich auch mal so sagen, weil ja damals tatsächlich viele gemutmaßt haben, ja, die Ukraine hat ja nur deswegen und wegen Krieg und so weiter, man hat aber eigentlich im Grunde genommen im Vergleich jetzt zu dem israelischen Beitrag von diesem Jahr sieht man halt einfach auch, was das auch für ein guter Song von der Ukraine war. Ja, und insofern, das, glaube ich, wird sich so in der Form mit Israel, glaube ich, nicht wiederholen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so ein Song ist, der so ganz weit vorne mitspielen wird. Also, das werden wir dann mal sehen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr froh darüber, dass Israel trotzdem daran teilnimmt und das gehört irgendwie tatsächlich auch schon aus langer, langer Tradition irgendwo dieses Land mit dazu. Auch wenn viele ja sagen, was macht denn Australien, was macht denn Israel und so weiter da beim ESC? Das ist ja nochmal nochmal eine andere Geschichte. Aber das finde ich schon, ich finde das sehr schön, dass Israel da wieder dabei ist und dass sie, ja, vielleicht da auch tatsächlich so ein bisschen, nicht so wie Jürgen Werselski irgendwie, Nein, wir bleiben bei Oktoberrein, wir machen das nicht. Und insofern ist es ganz gut, dass es da noch irgendwie einen Kompromiss gegeben hat und dass das irgendwie stattfindet. Ja, und Sonja, du warst fleißig in der vergangenen Woche. Du hast zwei Interviews geführt und eins davon werden wir uns jetzt nämlich mal anhören. Sonja, mit wem hast du denn gesprochen? Ja, mit wem habe ich gesprochen? Ich habe mit Olli Alexander gesprochen, also unserem britischen Teilnehmer. Von mir, uns wollen wir nochmal erzählen, dass ich mich beschwert habe, wann er verkündet wurde. Nein, nein. Ganz spät nach unserer Aufnahme in der BBC-Show. Nein, nein, nein. Darüber haben wir nicht gesprochen, kann ich schon mal direkt sagen, aber haben uns da ganz nett unterhalten. Ihr müsstet jetzt in eurem Kopf leider mit mir zusammen auf Englisch switchen in mein Kartoffelenglisch und könnt euch ein bisschen anhören, was Olli mir so erzählt hat über seine bevorstehende Teilnahme. Willkommen zu Bleistiftrocker.de und ESC Greenroom, Olli Alexander. Hallo. Hi, um, we were supposed to talk yesterday, but then you got ill. How are you today? Oh, I'm sorry. Yeah, I'm recovering from a cold. So I apologize if I sound a bit, um, sniffly. Start with a really basic question. Um, so please, could you explain what your song Dizzy is about? Dizzy is a song about an overwhelming feeling of emotion that someone brings you, like they turn your world upside down, sweep you off your feet. Um, they make you dizzy. And you wrote the song yourself. Uh, can you please take me to the setting? How did it come to life? Oh, yeah. So I wrote the song. It was last summer and I was in London making a lot of new music for my new album with, um, a producer and writer called Danny L. Hall. And both of us love Eurovision, actually. So we had in our heads, wouldn't it be amazing if one of our songs, one of these songs could, um, could go to Eurovision. And the day we made Dizzy, I think I had come into the studio with just the word Dizzy, um, for an idea for a song title. And we kind of just built the song around the word Dizzy. I remember, like, going back and forth, like, oh, what could make you dizzy? Dizzy from, dizzy from your kisses. And we wanted to just really build the song up from that. So the production of the song has a lot of, um, arpeggios going up and down, kind of make you feel dizzy. And then the lyrics really just expanded on that theme of dizziness and, um, circles and time going in loops and backwards and forwards. And so it was a lot of fun to make. So you had Eurovision in mind, that's what you said. Um, so did you send it to the BBC or have you been in contact before? Yeah, I sent the song to the BBC with a few other songs, actually, um, because I had been making all this new music. And I thought one of them would be, like, a good fit for Eurovision, just because, um, I thought, you know, it could work. And I had kind of wanted to do Eurovision for, like, a few years, actually, but I just never really had the right song or it wasn't the right time. But, um, this felt like, okay, this, this is the time to do it. So, yeah, I threw my hat into the Eurovision ring. And you're a kind of Eurovision superfan, am I right? Yeah, I'm a fan. Like, I watched the contests growing up, you know, since I was a kid. I'd watch it with my family. And then when I got older, I'd have, like, watch parties with friends. And I'm, yeah, I'm a huge fan. I just think when else, there's no, there's nothing else on earth like Eurovision. It's, um, such a unique event. And it's, I just, yeah, I just love it. So the question, of course, is who is your all-time favorite Eurovision act? It's really difficult because I have, like, a lot of different favorite acts because, like, in more recent years, I have really loved, like, some performances from, obviously, Lorene. I think she's amazing. Mahmoud with Soldi. Um, I think Pastora Soler with, from Spain, Cadate Camigo is, like, such an amazing performance. And then I have, like, my favorites from back in the day from when I was a kid watching the contest, like, Gina G. I love Gina G. Um, there's a Spanish entry, like, in the early 90s called Azuka Moreno, who I love. Like, these two Spanish women who just, like, I think are really fab. Um, yeah, so, like, over the years, there's just, like, so many wonderful, like, performances. I think that's, like, what's great about Eurovision is it just kind of works on, like, all these different levels. Um, so, yeah, it's kind of tough to pick just one. How has your life changed since the announcement that you're going to Eurovision? Oh, well, it's kind of, um, been, like, a, like, a normal single campaign. You're pretty, you know, bringing out new music. It would be, like, a lot, you know, your schedule's pretty packed. But with the, this has, like, the added context of Eurovision. So, it's kind of just, like, a single campaign, but, like, times a million. Um, so, it's been very busy. And I've never had this kind of experience where people have been, like, really waiting to hear the song. And, um, really waiting to see, like, the music video and the performance. And, um, there's, like, a lot of eyes and ears. Which is a good thing, but it's also, um, just, yeah, it's quite intense. So, there's, like, an intensity to the process, which is, um, quite interesting. And it's two months to go. Exactly. It's still two months to go. But that isn't long, do you know what I mean? It's going to go by in a flash. And then it'll all be over. And I'm sure we'll all feel really sad to not have Eurovision in our lives anymore. I know that feeling. Um, are you scared because of the, uh, of some bad results in the past for UK? I just think, like, that's kind of part of the beauty of the contest. Is that you just never know what's going to happen. Like, all I can do is focus on doing, like, a good performance. And doing something that I can be proud of. And, you know, I love the song. And the performance is going to be really great. And then it's sort of just, like, it doesn't matter where I come on the leaderboard. Like, it's really about the taking part. And, um, and I just want to be proud of, like, what I do on the stage. And that's it. And, yeah, everything else is just kind of, um, what happens, happens. And I'm pretty sure you're going to keep your staging a secret. But, uh, what kind of vibe do you want to create on that stage? Oh, well, I think it's really important to stand out. And, you know, of course, every country, every contestant has, like, three minutes to leave an impression on the audience. And the number one thing is to be memorable. And so I'm just hoping to obviously deliver, like, a great performance, good vocal. Um, and with the staging, do something a bit unexpected and a bit surprising and kind of make the viewer go, oh, that's, um, I wasn't expecting that. So that's my aim. And, yeah, you'll have to wait and see. One of the major changes this year is that the Big Five, as well as the host country, are going to perform live during a semifinal. Do you like that? I love that. I think that's, um, that will be great. Like, I, I think it will be good to feel, like, just to be present with all the other contestants. And, um, also, I think having that kind of experience, like, bit of extra rehearsal, well, an experience, like, in front of the live audience is really valuable. Um, so you get a bit of taste of what it will be like in the grand final. And, um, I just am excited to be at those semifinals and watch all the other performances, too. Have you connected with the other artists already? Or with some of them? I've, um, had a bit of contact with a few. I met the Georgian contestant, Newtzer. She's really fab. Um, I really love, um, Sylvester, the Lithuanian contestant, and, uh, Musti, the Belgian contestant. Um, so I'm excited to just, um, meet everyone. And, yeah, I think it's going to be a good year. And you're also doing pre-parties, I guess. Yes, I'm going to be in Madrid, in Amsterdam, and in Stockholm, and London. And you, uh, changed your artist name. Uh, is that because of Eurovision, or was this also a choice, uh, for what's next in your career? Yeah, I just felt like it was time for me to start a new chapter in my musical career. I've been making music as years and years. Obviously, years and years began as a band, and, um, then it became a solo project. And I just thought, okay, I have all this new music, and, you know, I want to kind of maybe have a bit of a fresh energy into, with things moving forward. So I thought, okay, now is the time. If I'm going to do Eurovision, especially, like, now is the time to, to release under my own name, you know. So I just felt like the time to do it. But you don't feel like a newcomer now. New name, new projects, you're already an established artist. I mean, I feel like I've got quite a lot of experience under my belt. Um, but if, um, you know, it's also quite nice to kind of feel like, if people are discovering me for the first time, then I am kind of a new artist. Um, even though I don't feel like one, because I feel like I've really been around the block now quite a few times. Um, but it's still nice to have, like, kind of a new energy in the, in the mix of things. So the last question is, of course, what are your plans for after Eurovision? I, um, well, I basically have been working on a lot of new music. So Dizzy is part of my new album. So I'll be bringing out more music and hopefully my album later in the year. And, um, yeah, I'll just be focusing on that, really. Ja, das war ja sehr launig. Schön. Ja, was macht er für einen Eindruck auf dich? Er macht auf mich, äh, also man merkt, ähm, dass er schon ein Profi ist und dass er, ähm, wirklich, ähm, ja, der, der weiß schon auch, was er will. Und, äh, ist aber auch, äh, finde ich, in der ESC-Welt auch schon gut beheimatet. Also er weiß auch, glaube ich, was da auf ihn zukommt. Ja, also ich find's ja mega, wenn man so fragt, ja, wer ist denn so dein Lieblingsekt der letzten Jahre? Und da kriegst du so einen Namen um die Ohren gehauen, die du jetzt gar nicht so auf dem Schirm hattest. Also die so, die so weggehen von den üblichen, ich weiß nicht, fünf bis zehn, die du so immer genannt kriegst. Also da mit irgendwelchen abseitigen Sachen aus den 90ern zu kommen, finde ich super. Aber das, das gibt natürlich sofort Pluspunkte. Kleines bisschen Angst hab ich noch vor der Bühnenshow. Ich hoffe, die wird nicht so überladen. Also so, man merkt so, er sprudelt so vor Ideen. Und, äh, ich hoffe, das wird so irgendwie so eingedampft, dass das dann nicht in alle Ecken ausartet. Da hätte ich so ein bisschen Angst, weißt du, auch so zum Songtitel passend, dass uns danach dann alles schwindelig ist. Ähm, ja, mal sehen. Also er hat mir ja noch nichts verraten, das werden wir dann sehen. Ja, du hast ihn ja auch, ähm, auch nicht direkt danach gefragt, sondern eher nach den Vibes, ne, seines Auftritts. Eigentlich kann man's ja auch nicht fragen, weil in dem Stadion verrät dir niemand was. Das war wirklich die Ausnahme, hatte ich bei, äh, Rick jetzt im, äh, vor dem Vorentscheid, als ich ihn gefragt hab. Da fing er dann so an, hm, ja, was kann ich verraten? Ach komm, ich kann dir eigentlich alles verraten. Und dann losgesprudelt, wie es aussehen soll. Aber das ist, äh, normalerweise macht das niemand mit dir schon gar nicht jetzt, äh, mit den fertigen ESC-Acts. Also nicht für einen Vorentscheid, sondern dann jetzt, das, da wird man jetzt nicht so ganz viel rauskriegen. Da hört ihr gleich auch noch ein zweites Beispiel für. Ja, wunderbar. Vielen Dank für das tolle Interview. Das, äh, bereichert unseren Podcast. Es gibt auch noch was Neues aus Deutschland. Es hat ja, ja, also so, ich sag mal, so ein Sturm im Wasserglas hat's ja so ein bisschen gegeben, weil, äh, bei dem Video von Isaac, der ja in, äh, diesem Jahr für Deutschland ja antritt, ähm, ist ja in einer Stelle wird, äh, singt er Shit. Und, äh, das darf man nach den Regularien irgendwie halt nicht. Und jetzt gibt es ein neues Video, äh, in dem sozusagen diese Stelle irgendwie ausgespart wird. Ähm, das Video hast du dir ja wahrscheinlich auch angeguckt irgendwie, äh. Ja, klar, es ist ja einfach sein altes Musikvideo und einfach diese Stelle ist raus. Also, das ist ja, äh, da war ja jetzt nix, nix neu dran ansonsten. Und, äh, dass das rauskommt, dass wir, die wir beim Vorentscheid waren, wissen das sowieso schon, da das ja auch in der Pressekonferenz gesagt und dann irgendwie ist das nochmal so hochgekocht, weil irgendwie Medien das da dann so drauf angesprungen sind. Was auch ganz lustig war, weil irgendwie eigentlich war es ja eine, äh, wie gesagt, eine NDR-Veranstaltung. Und dann, äh, schrieb mich irgendwann der WDR an, ob sie von mir, äh, von Bleistift-Wocker aus der Pressekonferenz diesen Schnipsel nehmen können, wo eben Isak gesagt hat, ja, wir, wir haben auch schon eine Idee, wir werden das irgendwie, äh, singe ich dann Sch oder so und dann ist das draußen. Haben die, haben die das irgendwie von mir als Quelle dann, dann eingespielt. Aber, ja, das ist meine Güte. Ich meine die EBU-Regeln, was soll man sagen? Also ich, äh, ich finde es ja eigentlich echt, also das, da könnte man sich mal ein bisschen geschmeidiger machen. Also meine Güte, wenn der da shit zinkt, ja, also was soll das? Aber gut, ist halt so und wir wissen es ja jetzt schon länger und jetzt ist halt das Video draußen, die entsprechende Stelle ist einfach raus. Ja, aber ich hoffe ja mal, dass das in Malmö noch mal ein bisschen eleganter irgendwie halt ausgelassen wird, ne? Weil jetzt im Moment ist es so ein bisschen, also vielleicht um den Zuhörer mal so ein bisschen hier mit reinzunehmen, äh, in unsere Aufnahmesituation. Wir haben ja immer manchmal so ein bisschen durch die, durch die Internetverbindung manchmal so kleine Aussetzer, sowohl auf deiner Seite ja manchmal, manchmal auch auf meiner Seite. Und so ähnlich hört sich das jetzt in dem Video auch an, wo ich so dachte, ach Leute, irgendwie, das hätte man doch jetzt aber auch nochmal irgendwie, irgendwie hieß es doch, da macht man nochmal so ein Zischlaut rein oder so. Also ich hoffe jetzt nur, dass es, ich meine, das Video ist ja nachher auf der Bühne völlig egal. Das ist jetzt nur einfach mal, damit der Zuschauer irgendwie was hat, wo er sich daran, äh, dran halten kann. Ach ja, so hört er sich an. Aber ich hoffe nicht, dass das auf der Bühne jetzt so mit so einem, dass er da so eine Pause macht oder so. Das wäre ein bisschen, würde ich mal sagen, ein bisschen albern. Also, ähm, das müsste schon noch ein bisschen eleganter kommen. Also ich zähle mal jetzt darauf, dass es jetzt wirklich nur aus Kostengründen, ah, wir schneiden jetzt einfach nur Shit irgendwie raus. Aber, hm, das fand ich ein bisschen komisch, ne? Man hätte es ja neu aufnehmen müssen oder so. Ansonsten, das wäre ja irgendwie auch doof gewesen. Und, ja, also, er hatte ja schon angekündigt, dass sie dann irgendwie so schsch draus machen, also das sind so länger gezogen oder so, wie auch immer. Von mir aus, ich finde, der könnte auch einfach das Wort wechseln, wenn er ein Gescheites finden würde. Ja, so irgendwas. Warum sich nicht einfach hinstellen, der EBU nicht sagen, was man, was man singt und dann einfach sagen, no one gives a fuck about. Ja, genau. Dann fallen die alle da auf ihrem Podest oben erstmal kurz in Hohenmacht. So, und dann, dann gibt es entweder nächstes Jahr kein Deutschland mehr beim ESC oder es gibt neue Regeln. Ja, genau, genau. Naja. Ja, was ich noch ganz schön fand, am Freitag gab es eine NDR Talkshow. Ich bin eigentlich kein großer NDR Talkshow-Gucker, aber ich habe beim Reinsetten gestern gesehen, oh, Isaac ist da zu Gast. Und ich wollte aber nicht die ganze NDR Talkshow sehen, also habe ich dann in der Mediathek heute Morgen irgendwie nochmal reingeschaut. Das können wir euch da auch nochmal in die Show nutzen. Trotz, er war zu Gast. Und ich muss ehrlich sagen, er kam jetzt erstmal sehr sympathisch, authentisch rüber. Er hat dann auch nochmal eine Akustikversion von seinem Song nochmal. Dann hat er sich auf die Lehne vom Sofa da so gesetzt und mit seiner Gitarre da geklampft. Das war dann irgendwie auch noch so ganz nett. Wo ich ein bisschen Angst hatte, war jetzt tatsächlich das Statement unter dem Motto, ja, es wird nur das gemacht, worauf ich Bock habe. Und also ich habe keinen Choreograf. Ja, natürlich, ich erwarte jetzt von ihm auch nicht, dass er da den Fred Astaire irgendwie da auf der Bühne macht. Aber ich hoffe natürlich, dass da schon auch ein bisschen auch was passiert. Also ich glaube, da nur so auf der Bühne zu stehen und seinen Song zum Besten zu geben, dafür reicht dann seine Stimme, glaube ich, auch nicht so voll ins Aus. Also bin ich mal gespannt. Ich finde das super. Also ich finde, das ist genau die richtige Ansage, weil sonst hast du da irgendwie tausend Leute, die dir da mit reinreden und zieh doch mal hier das bunte Shirt an und mach doch mal da und mach doch mal hier. Ich hätte auch Ideen zu diesem Auftritt, wie man den ändern könnte. Ich fand den vor allem, was irgendwie beim NDR oft das Ding ist oder gerade in den Vorentscheiden, ich fand den ein bisschen zu dunkel insgesamt. So was zum Beispiel, aber Staging soll ja eh ein bisschen verändert werden. Also mal schauen, womit sie dann da um die Ecke kommen. Aber dass er als Typ so bleibt, wie er ist, finde ich genau richtig. Also das ist, ich finde auch, dass man unterschätzt das immer. Man merkt das oft Künstlern irgendwie an, wenn die sich nicht wohlfühlen auf der Bühne. Und ich finde, man merkt es bei ihm, dass er sich wohlfühlt. Und so, ich hatte auch den Eindruck, guckt auch ein bisschen viel auf den Boden beim Singen oder so. Hat ja dann aber diese Camera-Connecting-Momente, die gab es ja, die haben wir hier auch beschrieben, als wir über den Vorentscheiden gesprochen haben, dass man so, wo ich irgendwie denke, da kann man mehr machen. Aber dass er sich jetzt als Typ da nicht aus seinen Klamotten reden lässt oder wie auch immer oder jetzt, weiß ich nicht, der große Feuerwerk da auffährt, das finde ich eigentlich total richtig. Also da soll er sich auch wirklich nicht verrückt machen lassen. Ja, ich bin nur mal gespannt irgendwie, ob das wirklich so ausreitet. Also mir fällt in dem Zusammenhang gleich irgendwie der ESC-Auftritt von Max Mutzke irgendwie halt auf. Also so, der ja damals auch so mit geschlossenen Augen gesungen hat und passablen achten Platz. Das war nach damaligem Stand sozusagen, oh, wir sind nur Achter und so weiter. Also da werden wir heute sehr froh darüber. Ich bin mir aber sicher, wenn der ein bisschen, also so wie er heute ja auftritt, so sehr, sehr viel, sehr viel gesetteter und so weiter, wäre das wahrscheinlich nochmal zwei, drei Plätze nochmal besser gewesen. Und insofern, da wir ja als Deutsche, also in den Wetten sind wir ja auch, eigentlich finden wir ja schon gar nicht mehr sozusagen im Finale statt. Das ist ja sogar irgendwie Platz 32 oder so irgendwie mittlerweile. Da muss man natürlich jetzt mal irgendwie noch was drauf geben. Aber ich gebe dir natürlich recht, er ist natürlich jetzt nicht so ein Typ, den man jetzt irgendwie in Fantasiekleidung anzieht und jetzt bewegt dich mal und mach mal dies, mach mal das. Das wäre natürlich überhaupt nicht authentisch irgendwie. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, ob das wirklich so reicht. Und das werden wir ja, wie gesagt, werden wir ja dann schon mal zumindest im Semi da sehen. Ich glaube, im Ersten stimmt ja Deutschland mit ab und dann im Finale. Und da bin ich mal wirklich sehr gespannt, was da auf die Bühne kommt. Vielleicht, ich meine, das hat man ja so ein bisschen auch bei Michael Schulte so ein bisschen vermutet, dass der sich da ja auch sehr emanzipiert hat gegenüber der deutschen Delegation und da nachher ja richtig einen guten Auftritt irgendwie hingelegt hat. Vielleicht erleben wir das mit ihm ja auch. Das kann natürlich irgendwie auch sein. Aber noch bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Bei Michael Schulte ist auch nicht viel passiert. Also der stand auch nur da halt hinten so, dass das man dann gesehen hat. Und so der überdrehteste Auftritt von Deutschland aus den letzten Jahren war auch mit Abstand der schlechteste. Also ich bin da noch ein bisschen entspannt, was das angeht. Ja, gucken wir mal. Aber jedenfalls, wir setzen euch nochmal den Link in die Shownotes aus der ARD-Mediathek. Weiß nicht, ob das begrenzt ist, aber ich glaube, das wird man noch irgendwie locker zwei Monate oder so vielleicht noch sehen können. Und also lohnt sich insofern. Wer war da noch? Ulrich Tukur war da irgendwie noch und der Pollack. Also ich habe mir das aber selbst nicht angeguckt, sondern habe mir eigentlich auch nur das Video dann von Isaac da irgendwie angeschaut. Ja, und es gab lange, lange Schweigen darüber. Also wir wussten dann eine Zeit lang schon, ja, Australien wird jetzt tatsächlich doch wieder mitmachen. Da ist ja dieser Vertrag mit der EBU ausgelaufen, weil Australien ist ja eigentlich nicht Vollmitglied in der EBU. Und da gibt es ja immer, es gibt ja auch so den ein oder anderen Fan, der sagt, nein, Australien darf gar nicht dabei sein. Ich finde das nicht. Ich finde das eigentlich schon ganz schön. Und jetzt wurde dann auch schon vor ein paar Monaten mitgeteilt, dass also Australien auch wieder 2024 beim ESC dabei ist. Es gab natürlich viele Spekulationen. Ich hörte da von Dami Im, die Teilnehmerin Australiens von 2016, dass die wiederkommen sollte. Nein, nein, in der letzten Woche sind die Namen bekannt gegeben worden beziehungsweise der Name des Duos, nämlich Electric Fields. Die sind schon auch der ESC-Welt nicht so ganz unbekannt, denn sie haben nämlich schon bei We Decide 2019 mitgemacht und sind dort hinter der Siegerin Kate Miller-Heidge auf den zweiten Platz gelandet. Und jetzt sollen sie es für Australien schaffen, nämlich mit One Mill Kali, das ist eine Aborigine-Sprache, also One Blood. Sie singen ja so kleine versetzte Zeilen aus der Aborigine-Sprache und überwiegend dann auch in Englisch. Und ja, Electric Fields haben zumindest schon mal bewiesen, dass sie beim Publikum zumindest in Australien schon mal ganz gut ankommen. Und jetzt haben sie noch mal die Möglichkeit, auch noch mal direkt auf der ESC-Bühne etwas zu reißen. Wie findest du denn diesen australischen Beitrag? Ach, was soll ich sagen? Ich will es mögen, ich will es wirklich mögen. Aber der Song gibt mir leider überhaupt nichts. Also ich finde die zwei, die wirken so sympathisch und alles, aber dieses Umarmende, wir sind alle eins und so, das ist musikalisch leider oft irgendwie anstrengend. Und in dem Fall ist es auch so. Also nichts gegen die Message an sich, die ist ja super, aber so, nee, also ich habe da keine Connection. Und ich sehe auch nicht, jetzt ausgehend von der Studio-Version und von diesem Musikvideo, das ja auch eher lahm ist, da passiert ja irgendwie auch nichts, ich sehe nicht, wie die sich für ein Finale qualifizieren sollen. Und das ist schade, aber es ist so, ich meine, gut, wir hatten Voyager letztes Jahr, das war ziemlich cool und so. Und Australien hat ja auch vor allem stark angefangen. Die haben sich ja später so ein bisschen angeglichen, also das allgemeine Niveau, aber am Anfang waren die ja richtig stark. Aber also das, da kann ich jetzt irgendwie so gar nichts mit anfangen. Aber vielleicht bin ich auch so ein bisschen biased, aber ich muss sagen, ich habe sie ja schon öfter gefeatured, aber ich wäre so krass dafür, dass Jaguar Johns jetzt endlich mal für Australien zum ESC geht, die ja auch schon zweimal im Vorentscheid war. Die hat neulich eine richtig geile EP rausgebracht und die kam, glaube ich, eine Woche vor dem Announcement von Electric Fields. Deswegen dachte ich schon, okay, dann wird das halt leider nichts. Aber also da sind Musikale stark und sie setzt sich halt mit so wichtigen Themen auseinander auch. Also sie ist ja auch zum Beispiel Überlebende von einem sexuellen Übergriff und das thematisiert sie auch in ihren Songs und so. Und so einer Sache mal Sichtbarkeit zu geben in so einem Wettbewerb, fände ich halt auch total stark. Und deswegen war ich jetzt eher enttäuscht von der Wahl, die Australien getroffen hat. Und das ist natürlich auch schade, weil wir mochten eigentlich immer diese Hingabe, als sie ihren Vorentscheid hatten. Diese Hingabe, mit der sie diesen Vorentscheid gemacht haben, auch wenn der musikalisch jetzt gar nicht so stark war. Aber gut, jetzt sind sie seit einigen Jahren wieder dabei, dass sie halt intern dann aussuchen. Da müssen wir durch. Wobei ich mich daran erinnern kann, der Vorentscheid We Decide 2019, der war, glaube ich, noch ganz okay. Da waren einige Sachen dabei, die ganz gut waren. Das waren dann so die späteren Sachen. War das nicht der 2019er auch, wo Jan-Ula Sander so als James Bond auftrat? Irgendwie, das war doch, glaube ich, oder war das, nee, das war nicht das Jahr später. Ich glaube, das war das Jahr danach, glaube ich. Ach so, okay. Aber da war das so in den, ich glaube, 2018, 2019, da war der australische Vorentscheid noch eigentlich ganz gut guckbar. Und die letzten ein, zwei Jahre, wo es ihn dann noch gab, habe ich immer so gedacht, boah, ey, was macht ihr da gerade wieder? Wobei ich auch damals fand, dass ich den Beitrag, was war das, 2000 and Whatever von Electric Fields auch gar nicht so geil fand. Also das ging mir da genauso. Da fand ich, war Kate Miller-Heidge eigentlich die bessere Wahl. Einfach auch so durch die Performance, die ja so ganz, ja, so als Galaktiker auf diesen Stäben, wo sie da hin und her wippte irgendwie halt. Und das hatte einfach was. Sie ist ja auch dann nachher auch ins Finale gekommen. Und ja, und insofern, ja, ich finde schon auch, Australien hat mal, als sie anfingen, wirklich richtig gute Beiträge gehabt. Auch, ich habe ja vorhin von Dami Im auch gesprochen. Die war ja die zweite Teilnehmerin dann beim ESC. Das waren wirklich zusammen mit dem Vorgänger da auch wirklich auch die starke Beiträge. Und das flachte dann langsam so ein bisschen ab. Das war so ein bisschen schade eigentlich bei der ganzen Geschichte. Aber gut, wir werden jetzt mal gucken, wie sich das mit Australien dann weiter so entwickelt. Dann haben wir über eine Künstlerin schon etwas länger gesprochen. Da hat uns Griechenland sehr lange an der langen Hand, ich will nicht sagen verhungern lassen, aber es hat ein bisschen gedauert. Maria Sati wird für Griechenland antreten. Da haben wir bereits in Folge 95 darüber gesprochen. Und jetzt am 7. März ist ihr Song veröffentlicht worden, nämlich Zari. Ein Song, ja, so eine Mixtur aus traditionellen und modernen Klängen. Und dieses offizielle Video, das hat so, ja, das sieht so ein bisschen aus wie so ein TV-Beitrag irgendwie in den Nachrichten. Also man sieht sie da irgendwie so als Stadtführerin durch Athen laufen. Dann gibt es so Tanzeinlagen auf der Straße. Dann tanzt sie da auch irgendwie noch in so einem Restaurant. Und man sieht, also es hat sehr viel Landeskolorit. Und ich muss sagen, ich fühle mich erst mal gut unterhalten. Also ich habe mich da sehr gefreut. Ich habe schon als wir da haben, ich glaube im Oktober oder so, ist sie ja, glaube ich, schon als Name bekannt gegeben worden. Und dann wollte man wohl noch nicht so die Karten auf den Tisch legen und hat dann tatsächlich jetzt bis kurz vor der Deadline irgendwie gewartet. Und sie macht ja schon so ein, immer mal so ein Mix aus so landestypischen und aber auch so modernen, poppigen Klängen und so weiter. Und das mag ich ja eigentlich immer ganz gerne. Und insofern, also das finde ich, ist zumindestens mal jetzt ein Statement, was Griechenland da gemacht hat. Wird man sehen, wie erfolgreich Griechenland damit irgendwie halt wird. Ich glaube, du bist Fan, oder? Ich kann auch mal ein Statement machen, mal sehen, was das gibt. Also, es ist ja, wenn man Reaction-Videos guckt, dann tun ja immer alle so, als würden sie das gerade das erste Mal sehen und so völlig übertrieben auf irgendwas reagieren. In dem Fall hätte ich vielleicht wirklich mal filmen müssen, wie ich darauf reagiert habe, weil ich, glaube ich, nur mit einem riesen Fragezeichen über dem Kopf einfach vor diesem Video saß, als ich das zum ersten Mal abgespielt habe. Hä? Was will das von mir? Ist das Satire? Dieses billige Touri-Video? Das ist ja noch nicht mal irgendwie auf modern geschnitten oder so, sondern so, hä? Will das irgendwie, ist das witzig? Ist das ernsthaft? Ich weiß es nicht. So ein bisschen galt mich das dann auch auf, dass ich sage, ich weiß es nicht, weil da ist noch so ein bisschen Spannung da drin. Aber ansonsten dachte ich so, ja, irgendwie so, warum ist das so komisch billig gemacht? Erstmal, warum fängt das an, wie fucking tatsächlich Liebe? Was sind diese Flughafenszenen? Was? Was soll das? Es gibt übrigens so tatsächlich Liebe, es gibt einen super guten langen Blogbeitrag irgendwo, müssen wir mal einfach googeln. Ein Blogbeitrag, der komplett tatsächlich Liebe zerlegt, was an dem Film alles problematisch ist. Das nur mal an der Stelle. Ich will das nicht verherrlichen an dieser Stelle, aber es fängt einfach an wie tatsächlich Liebe. Und dann am Ende ist diese Postkarte, also erst mal dazwischen steht sie da mit ihrem Schild, irgendwie da mit ihrer Eurovision-Tour und so, wo du denkst, was ist das denn? Willst du jetzt wirklich ein Meme werden? Okay, herzlichen Glückwunsch. Dann diese Postkarte am Ende, so Hallo Europe und so, blablablub, wir sind hier Griechenland und für das und das bekannt. Alles so, hä? Und da haben wir noch nicht mal über den Song gesprochen, oder ich jetzt noch nicht. Ja, das war alles diese Verwirrung, ist erst mal alles nur, was da visuell passiert ist. Und der Song, der versucht halt ganz viel Griechisches, Typisches irgendwie so reinzupacken. Und ja, dann hörst du, wo er herkommt. Das ist ja schon immer irgendwie cool. So richtig aus dem Quark kommt er für mich nicht. Also so ein bisschen griechische Tänze, so sieht man dann ja auch im Video und so. Und das, ja gut, mal sehen, wie du das auf die Bühne kriegen willst. Da wirst du jetzt nicht so viele Männer da stehen haben, die irgendwie im Kreis tanzen. Ja, musikalisch komme ich da nicht ganz so ran. Aber ich glaube, ich bin da auch, ich bin einfach super manipuliert durch dieses Video schon. Also ich denke, oh Gott, ich habe so Angst, wie das auf der Bühne aussieht. Wenn das nur im Ansatz so ähnlich auf die Bühne gebracht wird, dann ist das ein Beitrag, der einfach so in so, weiß ich nicht, in die traurige Schrottkiste kommt. Und das wünsche ich mir eigentlich nicht. Weil so ein bisschen, wenn du dann dieses Lokalkolorit hast und so, ist ja auch immer schön, das drin zu haben. Ob sich das dann qualifiziert, wie auch immer. Aber einfach dieses Video hat mich weggehauen. Also das ist, glaube ich, so das schrottigste Video des ganzen Jahrgangs einfach. Ja, aber das finde ich ja gerade so spannend. Alle machen so Hochglanz-Videos. So, das wird toll ausgeleuchtet. Und das sieht sogar schon bei ganz vielen einfach auch sehr, sehr unwirklich auf. Und ich habe so, ich habe auch so am Anfang erst so gedacht, ach so, das ist jetzt erst mal so eine Art Teaser. Und dann kommt gleich das Video hinten dran, weil man sieht ja diese Flughafensituation und so weiter. Also ich muss auch ehrlich sagen, beim ersten Mal habe ich auch erst so gedacht, und sie singt ja ganz am Anfang auch sehr hoch. Und ja, aber irgendwie catcht mich das. Also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich fand es klasse. Bin ich gespannt, ob das auf der Bühne dann auch zu unterhalten ist. Ja, ich auch. Ich auch. Also auf jeden Fall. Aber jetzt im Moment erst mal habe ich so gedacht, ja, also da ich auch tatsächlich so mich mal so in die Alben mal so durchgehört habe und EPs und so weiter, die sie da schon veröffentlicht hat, war ich auch eigentlich schon im Grunde so ein bisschen drauf gefasst, dass das jetzt nicht eine schwedische Popnummer irgendwie halt wird, sondern dass sie da so ein bisschen auch in diese Richtung, wie sie es jetzt auch gemacht hat, gegangen ist. Und ja, also ich glaube aber, das wird ein Beitrag, über den man noch viel zu reden hat. Hoffentlich, hoffentlich. Hoffentlich ist das nicht so einer, der dann so vor sich hin siecht irgendwie auf der Bühne. Tja, ja, ich würde mal sagen, dann machen wir doch gleich mal die Überleitung. Wie ist das mit Georgien? Weil da habe ich natürlich, das ist so ein bisschen der Gegenpol, finde ich, zu Griechenland. Und da wussten wir eigentlich auch schon etwas länger, nämlich Nutzer heißt die Sängerin. Da haben wir schon in unserer Jubiläumsfolge 100 über sie gesprochen. Da kannten wir ja natürlich noch nicht den Song. Jetzt wissen wir ihn, seit dem 9.3. ist er bekannt, nämlich Firefighter. Ich habe jetzt selber auch noch nicht so wahnsinnig viel darüber gefunden, außer, dass der Song von dem mazedonischen Komponist in Darko Dimitrov und Aga Sittar geschrieben wurde. Dimitrov hat unter anderem Loco Loco von Hurricane Serbien 2021 und Breath von Vladana Vucicinic von Montenegro 2022 hat er komponiert. Aber ich finde, ja, also ich glaube, das hätte sich Georgien sparen können, oder? Ja, das ist halt, weil du sagst, es ist der Kontrast, es ist halt super generischer Pop, ne? Genau. Also es ist halt so dieser Power-Pop, wo du jetzt schon weißt, da wird halt auf der Bühne ganz viel getanzt und ob uns am Ende das Lied noch interessiert, weil es wird irgendwie so auschoreografiert sein, dann mal sehen. Und ja, was auch dafür spricht, dass jetzt eher auf Tanz als auf Song gesetzt wird, finde ich, ist, dass ich hätte wieder textliche Fragen. Ich weiß, das magst du immer sehr gerne. Weil es geht ja so ein bisschen drum, ja, hier die Phönix aus der Asche ist übrigens ein Bild, was beim ESC für mich schon von Conchita besetzt ist, aber na gut, kann man machen. Und dann ist so ein bisschen auch mit drin so, erhebt sich aus der Asche wie ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau, also das ist ja auch der Titel mit Firefighter, wo ich dann so denke, hä? Also wie ein Feuerwehrmann, der seine Arbeit davor nicht ordentlich gemacht hat oder was, warum erhebt sich ein Feuerwehrmann aus der Asche? Also es wird mir auch im Kontext noch nicht so ganz klar, als ich mir jetzt so den Text mal durchgelesen habe. Vielleicht übersehe ich auch irgendwas, deswegen immer gerne Bescheid sagen, was ich da jetzt nicht kapiere. Aber es ist so, also auch nicht so ganz ausgereift, finde ich dann. Und dann wird halt einfach drauf gesetzt, okay, das ist Pop, das hat Power, das klingt wie, was Leute sagen, ach, das habe ich schon mal gehört, das finde ich eigentlich ganz gut, da kann man ein bisschen so tanzen und dann wird dazu auch viel getanzt. Und wir können natürlich jetzt schon mal wetten, es wird wahrscheinlich ganz viel Feuer auf der Bühne zu sehen sein. Auch das wieder irgendwie so ein bisschen im Gegensatz zum Inhalt dann steht, weil wenn du Feuer bekämpfen, besiegen willst und dann hast du ganz viel Feuer um dich herum, na gut, aber gut, es wird halt das Basswort Fire gesungen und dann muss auch Feuer zu sehen sein. Ja, mal sehen, warum nicht? Aber es ist auch so was, das höre ich und das stört mich natürlich auch nicht. Also das ist Pop, den kannst du dir so anhören, der kann auch im Euroclub laufen, okay. Ja, ich finde es nur schade, weil Georgien hat ja doch auch immer eher mutigere Sachen auch geschickt und dieses Mal... Ja, aber immer scheiße damit abgeschnitten. Ja, aber ja, also das Firefighter ist halt jetzt so, da gibt es halt auch irgendwie einen ganzen Korb voll jetzt in diesem Jahr, in diesem Jahrgang wieder. Also ich glaube, da wird sich die gute Nutzer nicht so wirklich davon abheben. Also das ist halt so, ja, werden wir mal schauen, aber besonders, besonders schön oder spannend fand ich es jetzt irgendwie nicht unbedingt. Aber vielleicht finden wir ja nochmal so den einen oder anderen Faktor nachher im Songcheck. Vielleicht erschließt es sich uns dann noch ein bisschen besser. Also ich habe aber, glaube ich, ich meine, ich habe aber auch irgendwie mal in den Text mal so reingeguckt und habe so gedacht, ja gut, also ja. Und weiter. Ja, genau. Ja, und dann ist uns, dann ist natürlich auch Armenien bekannt gegeben worden. Das ist ein Duo, nämlich Lada Niva heißen die. Das ist zum einen die Sängerin Jacqueline Bagda-Sarian und der französische Musiker Louis Thomas. Und sie singen den Song Jacko und das ist ein Teil ihres bereits im September erschienenen Albums, das auch übrigens heißt Lada Niva. Und Jacko ist eigentlich der Spitzname der Sängerin und in ihrem Song macht sie sozusagen das Recht geltend, frei zu denken, frei zu sein, wer immer sie möchte. Und auch hier muss ich wieder sagen, ich bin Fan. Also ich habe mich tatsächlich auch noch mal in das Album reingehört. Es ist natürlich, ja klar, es ist armenische Folklore, es ist da auch Pop mit dabei und so weiter. Man kann es aber, finde ich, sehr gut auch nebenbei, ja auch selbst bei der Hausarbeit oder so irgendwie halt hören, das ist wirklich ganz toll und auch dieser Beitrag, das Video jetzt zum armenischen Beitrag, finde ich schön, schön bunt und sehr, sehr locker, sehr, sehr offen und da freue ich mich tatsächlich schon sehr darauf, was da auf der Bühne passieren wird und das, das freut mich und so mehr. Ah, ich habe heute so einen negativen Tag, denke ich immer, aber die letzte Fuhre, die an neuen Songs kam, die war echt nicht gut. Also jedenfalls für mich nicht. Also ich habe aber, ich habe schon das Bandfoto gesehen, wir kannten ja den Namen irgendwie ein paar Tage bevor dann der Song kam und habe schon gedacht, ach nee, weil ich habe das Blasinstrument entdeckt und habe gesagt, nein, bitte, bitte, bitte nicht. Das ist ja meine, meine Allergie gegen Blasinstrumente, ist ja hier hinlänglich bekannt. Und dann wurde es genau das. Dann wurde es genauso furchtbar, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, das Traditionelle ist schön, bin ich auch dabei, will ich auch immer gerne haben und kommt mit traditionellen Sachen und wenn sie mich nerven, ist das mein Problem. Aber mir ist es so hektisch, mir ist es so anstrengend. Es ist auch, ich weiß auch nicht, was es mir sagen soll, abgesehen davon, dass es einfach nur sagt, ich bin ein Tanzsong, was auch okay ist. Ja, es hat ja auch seine Berechtigung, aber ist dann halt einfach überhaupt nichts für mich. Und ja, sie haben sich nach dem Auto benannt. Hurra. Ja, nach so einem, was war das, ein russisches Fabrikat, ist das glaube ich. Lada Niva ist glaube ich irgendwie so. Genau. Ja, aber nee, nee, also leider, leider nein, leider gar nicht. Ja, ja, ich mag es. Also, und das Album kann ich euch auch empfehlen, das für alle Liebhaber armenischer Musik, also ist das, ist das auch wirklich ein Fest, kann man auch beim Streamingdienst eures Vertrauens kann man das auch reinhören und ist da irgendwie dabei. Ich muss sowieso übrigens sagen, in diesem Jahr waren alle, fast alle Teilnehmer eigentlich auch sehr schnell dabei, dass ihre Songs auch bei Spotify unter anderem dann erhältlich waren. Das war in den vergangenen Jahren, also da ist mir jetzt eigentlich dieses Jahr nur noch der Beitrag von Sarah Bonici aus Malta, obwohl die ja schon so lange bekannt war, gab es da lange, lange kein Audio, das gab es jetzt erst vor, vor ein paar Tagen und auch jetzt erst ist die Spotify-Playlist wirklich komplett, auch erst seit, auch Tage später, nachdem die, die Line-Up wirklich schon feststand und aber ansonsten waren alle, selbst so aus abwegigen Ländern, ich sag mal, selbst so Armenien und jetzt auch gleich, wir reden noch über Aserbaidschan irgendwie, das ging wirklich sehr, sehr schnell. Also das fand ich schon mal gut, dass man eigentlich auch relativ schnell dann auch an diese Songs auch rankam und sie dann irgendwie auch mal spielen konnte. Also das ist wirklich, das ist wirklich ganz schön. Ja und ich sagte es eben schon, Armenien, Quatsch, nicht Armenien, sondern Aserbaidschan ist das letzte Land gewesen, das seinen Song bekannt gegeben hat und eigentlich auch die beiden Künstler, die dort irgendwie antreten werden, nämlich Fahre und Ilkin Dovlatov mit dem Song Üsinei Opasch. Das ist sozusagen eine Kooperation von zwei Künstlern. Der eine ist, glaube ich, mehr so im Pop-Bereich unterwegs, der andere hat sozusagen nochmal seinen Stempel in Sachen traditionelle Musik nochmal aufgedrückt. und ja, aber da muss ich leider sagen, das Lied lässt mich eigentlich so komplett kalt. Also da ist so ein bisschen auch in Aserbaidschan so ein bisschen die Luft raus. Die waren ja eigentlich auch mal seit ihrer Teilnahme, ihrer ersten Teilnahme viele Jahre immer sehr erfolgreich, waren eigentlich auch immer im Finale dabei und in den letzten Jahren ist das eigentlich nicht mehr so geil geworden. Und ich finde, das setzt sich leider in diesem Jahr auch so ein bisschen fort. Du hast das ja schon angedeutet, du bist nicht so ganz so mit den Beiträgen zufrieden, wahrscheinlich auch mit Aserbaidschan. Ja, aber das ist jetzt nicht so das Schlimmste, finde ich. Also, was du gesagt hast, ja, die waren vorne dabei, sie haben unerklärlicherweise gewonnen mit einem Lied, das eigentlich überhaupt kein Siegerlied war. Das werde ich nicht müde zu betonen. Waren auch so ein bisschen mit generischem Pop eigentlich am Anfang eher unterwegs. Und jetzt sind sie halt so ein bisschen auf einer anderen Schiene, was ich eigentlich erst mal gar nicht negativ bewerten würde. Weil wir hatten es ja eben mit diesem Pop, der so austauschbar ist. Ich finde, das ist jetzt überhaupt nicht austauschbar. Also, das ist so ein, das hat einen wirklich ganz eigenen Klang auch. Es ist ja dann so ein bisschen so ein Klagelied auch zwischendrin und so. Es ist halt wirklich überhaupt nicht so dieser Pop von der Stange und das finde ich erst mal positiv. Also, das ist da, da kann ich schon was mit anfangen und Daumen hoch dafür. Ich komme nicht mit allem ganz klar. Also, so am Anfang haucht er so mehr statt zu singen. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Ich finde auch, dass der Song noch nicht so ganz raussticht aus dem Jahrgang. Das schafft er irgendwie noch nicht. Das ist jetzt natürlich für uns ein bisschen schwer gerade, weil es gibt Songs, die kennen wir jetzt schon Monate und er ist jetzt gerade neu dazugekommen und das ist jetzt auch wieder einer, von dem wir nicht wissen, wie der auf der Bühne aussehen wird. Das kann noch wachsen oder das kann auch irgendwie schlechter werden. Deswegen mal abwarten, aber das ist jetzt nicht aus der Fuhre, die wir jetzt hatten, ist es nicht der schlimmste Song bei weitem nicht. Und ja, das finde ich okay und glaube ich auch, dass ich ihn mir noch ein bisschen schöner hören kann. Witzig war nur, dass ja erst mal wurde ja nur Fahri alleine angekündigt und jetzt sind sie auf einmal zu zweit. Es kam so ein bisschen aus dem Nichts, aber gut. Ja, der Ilkin soll da wohl noch mal ein bisschen nachgeholfen haben und das Lied noch mal verbessert haben und so. Aber, ja, aber, also, ich kann noch nicht mal erkennen, also, ja, da sind so ein paar orientalische Klänge mit drin, aber das ist dann nur so leicht angedeutet und ansonsten ist es für mich eigentlich ein normaler Popsong und, ähm, das ist ja jetzt kein Drip-Drop oder so, ne? Ne, das ist es nicht, das stimmt. Das, da, da gebe ich dir recht, aber irgendwie, ja, das wird dann, wird dann noch mal im Songcheck noch mal auszudiskutieren sein, welche Chancen das, das wirklich dann irgendwie haben könnte. Wir haben ein zweites Interview, was du geführt hast. Sonja, erzähl mal, was, wem hast du denn noch getroffen? Ich habe mich mit Nemo unterhalten. Oder vielleicht auch Nemo. Wahrscheinlich haben wir das geklärt im Interview und das werdet ihr gleich hören. Also, äh, der Schweizer Act, ähm, haben wir ja auch schon drüber gesprochen und waren wir eigentlich auch sehr gespannt oder, ähm, auch, glaube ich, sehr positiv gestimmt, weil The Code ist ja jetzt auch so einer der Songs, die so, äh, für einen Favoritenkreis gehandelt werden und das natürlich auch, auch da kennen wir wieder kein Staging, äh, aber, ähm, ich glaube, das kann schon richtig gut werden für die Schweiz und da sind wir sehr gespannt und mit Nemo habe ich mich ein bisschen länger auch unterhalten können. Deswegen gibt es jetzt, äh, ja, eine knappe halbe Stunde, äh, Insights aus der Schweiz zu hören. Ja, herzlich willkommen bei bleistiftrocker.de und beim ESC Greenroom Nemo. Hallo! Wie geht's dir? Es geht mir gut, äh, ich hab, äh, sehr viel Vorfreude auf alles, was kommt. Es ist alles, äh, mega im Gang und, äh, es läuft sehr viel auf einmal und es ist, äh, jede Erfahrung, die ich jetzt gerade mache, im Moment ist so, passiert irgendwie zum ersten Mal. Also es ist eine sehr aufregende, äh, Zeit. Und heute ist Interview-Marathon? Genau, heute machen wir ein paar Interviews. Sehr gut und ich hab dich gerade als Nemo angekündigt, ich hab aber schon gesehen, du hast dich in ein paar internationalen Videos auch als Nemo vorgestellt. Ist das schon ein Vorgriff auf, auf alles, was kommt, wie du international genannt wirst? Ähm, ich, nein, ich glaub, das ist einfach irgendwie, wir hatten immer sehr viel, ähm, Besuch bei uns zu Hause, auch irgendwie mal aus, aus, aus den Staaten oder irgendwie England oder sonst allgemein irgendwie englischsprachigen Besuch und dann hab ich irgendwie, hab mit meinen Eltern mich immer als, also auf Deutsch quasi Nemo und auf Englisch Nemo und irgendwie hat sich das so eingegliedert und jetzt immer, wenn ich jemanden treffe auf, äh, und wir sprechen Englisch, dann sag ich Nemo irgendwie fühlt sich das dann natürlicher an, ich weiß nicht wieso. Was ist für Leute, die jetzt über dich sprechen, ist es beides richtig sozusagen? Genau, ja, also ich hab da nicht eine große Präferenz. Okay, und wenn wir schon dabei sind, äh, vielleicht noch kurz geklärt, benutzt du keine Pronomen, äh, willst du es vielleicht kurz selbst erklären? Genau, also im, im Deutschen, ähm, äh, benutze ich keine Pronomen, das heißt, wenn man über mich redet, äh, dann sagt man nicht, äh, zum Beispiel, er ist gerade gekommen oder, ähm, er oder sie, äh, war gerade beim Frühstücksbuffet, sondern man sagt einfach, Nemo ist gerade gekommen oder Nemo, ähm, war gerade am Frühstücksbuffet. Ich weiß nicht, wieso, dass ich Frühstücksbuffet als Beispiel genommen habe, aber ich glaube, ich hab ein bisschen Hunger vielleicht. Ja, ist erstaunlich, wir nehmen mittags auf und du redest über Frühstück, okay? Genau, ich, äh, ich muss sagen, ich bin nicht allzu, allzu früh, äh, aufgestanden heute. Das finde ich sehr sympathisch, ich auch nicht. Okay, es ist ein bisschen blöd, ne, in der deutschen Sprache, weil im Englischen gibt es dieses schöne Day, was, was das so umfasst, äh, das, das fehlt uns irgendwie im Deutschen noch, ne? Vollkommen, ja, ja, es gibt, es gibt verschiedene, äh, Lösungsansätze, auch im Schweizerdeutschen ist es nochmal anders als im Deutschen, äh, weil im Schweizerdeutschen, haben wir noch, ähm, eigentlich was komplett Unnötiges, wir haben es so, dass wir sagen, ähm, wir sagen wie nicht einfach, ihr sagt einfach so quasi, äh, Nemo ist gerade da, oder? Aber, auf Schweizerdeutsch würde man dann sagen so, der Nemo oder Nemo ist gerade da, äh, und das macht alles nochmal komplizierter, weil es dann wie, es ist sehr viel Umdenken und es ist sehr, ähm, es braucht, es braucht Zeit und ich glaube, es braucht Umgewöhnung, aber ich glaube man, es ist, es ist was, was man, ähm, was mit der Übung immer sehr viel einfacher wird und ich glaube, ähm, es ist wichtig, darüber zu reden und auch irgendwie für andere Lösungsansätze Platz zu schaffen und ich glaube, man kann auch kreativ werden und irgendwie, ähm, es ist eine Möglichkeit, irgendwie mit der Sprache neu umgehen zu können und irgendwie neue Formulierungsmethoden zu finden und ich glaube, das ist auch immer eigentlich eine kreative Chance, so schlussendlich. Okay, und das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen die Hinführung auf deinen Song, weil der ja auch so im Groben damit zu tun hat, äh, magst du da mal umreißen, worum es in The Code geht? Also The Code ist, ähm, für mich, ähm, wie die Reise zu mir selber. Also es ist wirklich ein Song, der wie eine Reise klingt, also er fängt irgendwo an. Ähm, so welcome to the show, let everybody know, I'm done playing the game, I'll break out of the chains, ich, I'll break free, ich, ich löse mich jetzt von, von diesen Ketten und, und er, er zieht einen durch, durch diese Reise, die, die Reise zu einem selber ist ja immer mit, ähm, oder zu mir selber, kann ich nur sagen, ist, ist mit sehr viel schönen und unglaublich tollen Momenten verbunden, aber auch mit, mit schwierigen und, und Momenten, wo man sich alleine fühlt und ich glaube, dass, dass, der Song, dass irgendwie beides versucht zu umschreiben und irgendwie ganzheitlich, äh, zu sehen und es ist die Reise und am Schluss, ähm, dieser Reise ist für mich ein bisschen das Gefühl vom Ankommen da, ähm, das Gefühl vom, ich akzeptiere mich so, wie ich bin und ich stehe zu mir und, ähm, ich habe keine Angst, das, ähm, mit der Welt zu teilen und ich glaube, das ist für mich ein bisschen so die Essenz, äh, vom Song. Und kannst du ein bisschen beschreiben, wie er entstanden ist? Also es war lustig, weil, ähm, der Song ist in einem Camp entstanden in der Schweiz und ich bin zu diesem Camp eingeladen worden, das ist so ein, eigentlich das inoffizielle ESC Camp für die, für die Schweiz. Ich bin das erste Mal eingeladen worden 2019 und ich konnte nie gehen, weil ich hatte immer irgendwie dann die Ferien genau in dem Moment gebucht oder irgendwie dann was, also es war blöd, die letzten vier Jahre hat es nie geklappt und dann war ich so 2023, oh mein Gott, it's gonna work out und dann dachte ich, ich gehe da hin, um Lieder zu schreiben für andere KünstlerInnen. Also ich dachte, ich werde einfach zum Songwriten eingeladen, komme da so am ersten Tag an und dann bin ich so in der Session äh, mit Thea, äh, die letztes Jahr ja für Österreich äh, gegangen ist, mit ihr und und einem Produzenten und dann war ich so, hä, aber okay, also du bist letztes Jahr gegangen, also für wen, für wen schreibe, schreiben wir denn eigentlich und dann so, ja, ah, für mich, oh, okay, okay und dann habe ich mich einfach komplett fallen lassen und war so, okay, ESC, ich habe noch nie so darüber nachgedacht, ob das für mich was wäre, aber let's do it, ich probiere das aus und ich hatte so viel Spaß an diesem ersten Tag, weil ich einfach irgendwie mich komplett losgelöst habe von, ähm, von meiner musikalischen Box, wo ich dachte so, da bin ich drin und, ähm, meine Musik soll so und so klingen, so ich habe gesagt, okay, ich lasse mich jetzt einfach mal gehen und es hat so Spaß gemacht und der Song war so gut, dass ich am nächsten Tag gleich wieder so war, so lass unbedingt für mich schreiben, ich will wieder und dann bin ich, ähm, ins, ins Team gekommen mit, äh, Linda, Benji und Lasse, ähm, also Linda ist eine Songwriterin aus Schweden, die aber mittlerweile in Norwegen wohnt, Lasse ist aus Norwegen, wohnt aber in Berlin und Benji, äh, ist in der Schweiz und Benji und Lasse haben, ähm, quasi den Song, äh, produziert, auch, auch ich bin bei der Produktion dabei gewesen und, ähm, wir haben irgendwie angefangen an diesem Tag und ich habe gesagt, ja, gestern haben wir so ein bisschen so einen Abtempo-Song gemacht, lass mal heute so was ruhiges probieren, oder so, so hat irgendwie der Song angefangen und dann waren wir so eine halbe Stunde dort und haben so ein bisschen ausprobiert und so und dann irgendwann war ich so, ah, ich habe dieses Thema, das ich unbedingt schon lange, ähm, mal, ähm, zu einem Song machen will, also ich hatte diese Idee von quasi der Code, also so dieses, ähm, Null und Eins und quasi der binäre Computer-Code als Metapher zu verwenden für quasi, ähm, diese Frage so, hey, wenn ich weder Mann bin noch Frau, wo gehöre ich hin, wo ist mein Platz, ähm, und ich habe das ihnen erklärt und sie waren so, oh ja, das ist eine gute Idee und dann ist es irgendwie alles auf einmal dann komplett ausgeartet, wir haben dann irgendwie, oh, let's do Drum and Bass, oh, ähm, äh, du singst doch so hoch, mach mal da was so hohes, hohes und dann so im zweiten war es irgendwie so, hab, ich könnte noch rappen, soll ich mal noch ein bisschen rappen, das ist wirklich da war so, ein Stein nach dem anderen einfach, ähm, gefallen, es hat irgendwie alles Sinn gemacht und ich fand das Schönste an dieser Session, wenn ich mich zurückerinnere, ich kann mich nicht einmal erinnern, dass jemand Nein gesagt hat zu irgendwas, wir waren einfach alle so begeistert und so im Flow und so voller Freude, dass wir einfach jede Idee ausprobiert haben und irgendwie erstaunlicherweise die meisten davon dann funktioniert haben und ich fand das irgendwie, das nehme ich mega mit, für mich so einfach vielleicht im musikalischen Sinne mehr Ja zu sagen, mehr auszuprobieren, mehr, mehr, ja, mehr sich reinzugeben und, ähm, zu experimentieren. Und normalerweise würde man jetzt fragen, in welches Genre ordnest du das ein? Ich würde eigentlich andersrum fragen, welches Genre ist denn nicht drin? Ist ja eigentlich alles drin. Ähm, Ich würde sagen, ähm, Heavy Metal hat es noch nicht geschafft, rein, aber vielleicht dann mal in, äh, vielleicht gibt es einen Heavy Metal Remix, wer weiß. Ja, okay, da hast du jetzt was angeteast. Und, äh, beim SRF habe ich gelesen, äh, als sie dich vorgestellt haben, dass sie zum Song gesagt haben, er benötigt wahrscheinlich mehrere Durchgänge, um ihn einigermaßen fassen zu können. Da habe ich kurz gestockt und überlegt, mehrere Durchgänge gibt es ja beim ESC irgendwie nicht, wie passt das zusammen? Genau, wir spielen ihn einfach zehnmal schneller und, äh, lassen ihn dann mehrmals laufen. Nein, ähm, ich glaube, dass sehr viel, und auf das freue ich mich sehr fest, ich glaube, der Song ist für mich für die Bühne gemacht eigentlich, weil der Song hat so viele Teile, Kapitel, die man so toll auch umsetzen kann, lichtmäßig, repositionsmäßig, äh, und, und, und von der Art, wie man das umsetzt. Und ich glaube, dass für mich, dass mit der Bühnenshow nochmal viel mehr zusammenkommt. Und ich erhoffe mir, dass, dass auch durch das, ähm, man muss nicht alles, also, ich meine, bei, bei, keinem Song höre ich das erste Mal den Song an und verstehe gleich jedes Detail. Ich glaube, man muss sich einfach auf diese Reise einlassen wollen. Und ich glaube, ähm, das ist das Schöne. Ich glaube, wenn man sich mal einlässt auf die Reise von dem Song dann, und irgendwie auch überraschen werden will, ähm, dann ist es wirklich wie einfach eine Rollercoaster-Ride. Und dann macht es unglaublich Spaß. und ich glaube, mein Ziel ist es, das auch im Staging so hinzukriegen, dass Leute sich auf das einlassen wollen und irgendwie einfach so sagen, oh, was passiert jetzt? Und, ah, wow, irgendwie dieses Gefühl irgendwie rüberzubringen, ich glaube, das wird, ähm, das wird das Wichtigste, ähm, beim Auftritt selber. Und du wirst mir natürlich nichts zum Staging verraten, das weiß ich, aber, ähm, noch nicht. Wie weit seid ihr denn im Moment? Also so, in welchem Stadion? Wann ist es denn gerade? Ich glaube, das darf ich auch nicht sagen. Oh, okay. Ich hab's versucht. Äh, du hast es versucht. Ich würde, ich bin so, ich bin mega schlecht in Sachen nicht sagen, eigentlich. Ich würde gerne alles schon sagen, aber ich bin gut jetzt darin, weil ich weiß, dass mich sonst Leute dann, ähm, zur Rede stellen, falls ich das machen würde. Deshalb, man muss sich ein bisschen auf meinen, äh, Mund sitzen. Kann man das sagen auf Deutsch? Kann man das? Äh, okay. Wir lassen es jetzt einfach so stehen und ich quäle dich auch nicht weiter damit. Keine Sorge. quäle ich dich mit anderen Sachen und zwar, was viele immer sagen, dass sie es sich nicht anschauen oder so, ähm, Reaction-Videos und Wettquoten. Wie sieht's denn da bei dir aus? Bist du da irgendwie so Junkie vor dem Laptop? Ja, es ist, ich glaube, ich muss sagen, ich musste mich ein bisschen daran gewöhnen, nicht alles, nicht alles schauen zu wollen, weil, ich meine, ich, ich mache schon, schon lange jetzt Musik und ich habe lange in der Schweiz Musik gemacht und dort, ähm, war es einfach viel einfacher, den Überblick zu behalten und man konnte gut mal irgendwie einmal die Woche, ähm, irgendwie mal ein bisschen schauen, was es für Reaktionen gab und sowas und was auch immer und hier ist einfach so viel, das ist einfach, es, es nimmt einen irgendwie zu fest rein und ich habe dann gemerkt, so, wow, ich muss wirklich, glaube ich, da so ein bisschen, äh, eine sichere Distanz dazu waren und wirklich auch bei mir bleiben und bei meinem Gefühl von, ähm, vom Song und der Performance und mich auf das fokussieren. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil, ja, Wettquoten und, und Reactions, da gibt es so viel unterschiedliche Meinungen und ein paar sind sehr positiv, ein paar sind vielleicht nicht so positiv und, und das, ich glaube, dass, ähm, das, äh, für mich dann schlussendlich gar nicht so relevant wichtig ist, dass der, der Auftritt stimmt und dass ich mich auf das fokussieren kann. Aber bist du jetzt schon ganz gut angekommen, was man, was man so sieht, äh, gibt das dann irgendwie zusätzlichen Push trotzdem, auch wenn du, wenn du sagst so, du hältst es von dir weg? Ja, aber ich glaube, auch das ist eben, es geht auf beide Seiten. Ich glaube, also, ich glaube, es ist sehr wichtig, sich auch zu freuen ab allem, was passiert, weil es ist sehr viel Schönes und sich auch die Zeit zu nehmen, sich freuen zu dürfen und nicht nur immer den Druck zu haben von so, es muss jetzt, ich muss mehr und ich muss jetzt schauen, dass das Staging mega gut wird und was auch immer, also man kann sich ja überall Druck machen. Es ist wichtig, sich zu freuen, aber schlussendlich, ich glaube, auch die positiven Reaktionen können schlussendlich falsch färben. Also ich glaube, ähm, auch da gibt es dann irgendwie, oder vielleicht nicht falsch färben, aber sie färben auf jeden Fall, weil die positiven Reaktionen sind ja auch in Bezug auf etwas und ich glaube, wenn man dann die Connection macht zu sich selber irgendwie so im Sinne von so, das kommt jetzt gut an wegen dem und dem, dann ist man schon weniger nah beim eigentlichen Gefühl, wieso habe ich den Song geschrieben und was war mir eigentlich wichtig dabei und ich glaube, es gilt für mich mega fest, bei diesem Gefühl zu bleiben von dem Tag, als der Song entstanden ist und irgendwie dem seinen Platz zu wahren. Ich glaube, das ist mir wichtig. Trotzdem ist es ja irgendwie dann doch ein Wettbewerb. Hast du dir irgendwie eine spezielle Platzierung vorgenommen oder so? Ähm, also ich, ich will von meiner Seite her einfach das so gut, gut, gut wie möglich machen. Also ich stecke wirklich alles, meine Energie, mein Herzblut da rein und ich meine, meine Wunschplatzierung wäre natürlich den ESC gewinnen zu können. Also ich glaube, es macht auch Sinn, sich so irgendwie, je nachdem, was man für Ziele hat natürlich, aber ich glaube, es macht Sinn, sich das Ziel so hoch wie möglich zu stecken, damit man irgendwie auch darauf arbeiten kann und sich reingeben kann und ähm, äh, ich glaube, ja, ich glaube, das ist schon, ähm, ein Ziel von mir, würde ich sagen. Und jetzt hast du eben ja gesagt, dass du so ein bisschen reingerutscht bist da in dieses Camp, nachdem es nach ein paar Jahren mal geklappt hat, hast du trotzdem irgendwie so eine persönliche Verbindung zum ESC? Ja, also ich, ich gerade in den, in den letzten Jahren wurde der ESC viel präsenter für mich. Ich glaube, es hat mit mehreren Sachen zu tun, dass ich angefangen habe, äh, auf Englisch zu schreiben und auch viel mehr, ähm, eigentlich Leute aus Europa kennengelernt habe aus dem Musikbusiness und dann auch gemerkt habe, wow, viele Leute arbeiten auch eigentlich, äh, sehr oft für den ESC, also indem sie Songs schreiben oder produzieren. Ich, ich habe auch, ähm, die letzten paar Jahre viel, ähm, produziert für andere KünstlerInnen und, und viel geschrieben und, ähm, ich glaube, durch das wird es so wie allgemein präsenter, dass, dass es wie ein Thema, ähm, ist und das einfach so eine Riesenwelt ist, die es zu entdecken gibt und jetzt gerade, wo ich drin bin, bin ich so, wow, das ist nochmal so viel größer und hat so viel mehr Ecken und Bubbles, als ich mir das je vorstellen konnte. Also, es gibt so viel, so viel unterschiedliche, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ja, also Communities würde ich sagen, aber eben auch Bubbles, ähm, es gibt Insider-Jokes, die zum Teil irgendwie 20 Jahre zurückgehen und wo man so ist, oh mein Gott, jetzt, ah, endlich kapiere ich jetzt und man wird so ein bisschen Teil von was und ich finde es einfach so schön zu sehen, wie irgendwie so viele Leute aus unterschiedlichen, ähm, Hintergründen und Ländern irgendwie zusammenkommen und so diese gemeinsame Euphorie, ähm, entsteht. Wie muss man sich das jetzt eigentlich mit so einem Jahrgang vorstellen? Also, es sind ja jetzt alle Acts beieinander, äh, wir kennen jetzt alle. Ja. Gibt's da irgendwie, äh, an dem Tag, an dem bekannt gegeben wurde, du bist es, wirst du da so einer geheimen WhatsApp-Gruppe hinzugefügt mit, mit allen aus dem Jahrgang oder wie ist das? Wie, habt ihr euch schon irgendwie connected? Das wäre mega cool. Ich glaube, ich muss das mal pitchen. Ich glaube, wir müssen das mal, ähm, irgendwie in die Gänge leiten. Ähm, nein, also es gibt's bis jetzt eigentlich noch nicht. Ich glaube, ich habe, ich vielleicht mit, bis jetzt habe ich so mit fünf, sechs, sieben verschiedenen Artists irgendwie Kontakt und er hat mich ausgetauscht und, ähm, es ist, ähm, sehr schön zu merken so, ah, wenn man irgendwie Leute trifft oder ich war, ich war auch in, in, in Stockholm und, äh, da war schon eine Pre-Party wegen dem Melodie-Festival ähm, und, äh, habe dort irgendwie ein paar, ähm, KünstlerInnen kennengelernt, die auch, ähm, ähm, am, am ESC sind und zu merken, wow, wir sind irgendwie im gleichen Boot und es passiert gerade viel Ähnliches bei uns, ist irgendwie voll schön und es connectet auch, auch voll. Ich glaube, so eine WhatsApp-Gruppe wäre mega, wäre echt eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob da alle drin sein, ich glaube, das wäre, das wäre ja mega Chaos. Ich glaube, da würde so, da wären so 200 Messers pro Tag schlussendlich. Da wäre für die nächsten zwei Monate, äh, hättest du keine Ruhe mehr auf dem Handy wahrscheinlich. Wäre geil. Aber du machst auch noch so ein bisschen Pre-Partys, ne? Also steht ja, der größte Teil kommt ja erst noch. Ja, voll. Ja, ich war auch, in Stockholm war ich gar nicht an der Pre-Party selber, ähm, ich war da für Staging, ähm, aber es hat eine Pre-Party irgendwie stattgefunden, eben im Zusammenhang, glaube ich, mit dem Finale von der Vorausscheidung, äh, in Schweden. Ähm, aber ich gehe, ich gehe, ähm, zur Pre-Party in Madrid und zur Pre-Party in Amsterdam und zu der in Stockholm vor dem ESC dann, genau. Ja. Nimmst du alles Wichtige mit, auf jeden Fall. Yes. Und, äh, was auch interessant ist, du bist, glaube ich, gerade in Berlin, stimmt das? Mhm, das stimmt. Wo du auch teilweise wohnst, ne, was hat dich denn nach, nach Berlin verschlagen? Ähm, also Berlin, ich hatte schon immer sehr einen Berlin-Bezug, ähm, meine Mama hat sehr viel, äh, Freundin hier schon immer gehabt und war sehr oft hier, äh, auch ihr bester Freund hat hier eine Wohnung, ich weiß, ich bin irgendwie zum ersten Mal, als ich 15 war, alleine nach Berlin gekommen und, äh, durfte in seiner Wohnung, äh, wohnen, also es war niemand sonst da, ich war einfach so alleine da und ich war so, wow, Berlin, irgendwann vielleicht wohnt man hier, aber das ist, das hat dann, äh, Zeit gebraucht, aber ich fand einfach diese Stadt, ich finde die, ich finde Berlin hat eine unglaublich schöne Offenheit, ähm, und, ähm, es ist sehr viel im Gange, es ist sehr viel Raum für Kreativität, es sind sehr viele unterschiedliche Leute in, in einem Raum, ähm, und ich glaube, ich finde das immer sehr schön an einer Stadt und ich finde das ist eigentlich das Wichtigste für mich, der Austausch und irgendwie, ähm, das, das Zusammenkommen von vielem und dann irgendwie der Platz, äh, den das schafft, ähm, und deshalb, ich glaube, ich wollte schon immer mal irgendwie hier hin und dann war ich so, okay, ja, vielleicht, vielleicht mal jetzt und jetzt bin ich schon irgendwie drei Jahre on and off hier, ich bin auch natürlich viel in der Schweiz, ähm, aber ich genieße es voll, wenn ich hier sein darf. Das heißt, Berlin ist für dich auch so der Ort, wo du oft an deiner Musik werkelst? Voll, ja, ja, ich habe, ähm, hier bin irgendwie, ähm, auch, ähm, mich am Einmieten in einem Studio, wo noch andere sind und habe voll einen guten Arbeitsplatz dort, äh, es kann mich, ich habe auch sehr viel MusikfreundInnen hier, die, ähm, die, ähm, auch Studios haben. Ich bin eigentlich immer, immer wenn ich hier bin, versuche ich, äh, so viel zu schreiben und zu machen, wie, wie es nur geht, äh, weil ich es ein sehr inspirierender und kreativer Ort finde im Allgemeinen. Okay, dann hätte ich noch eine, eine große, übergeordnete Frage sozusagen, da glaube ich ganz gut beurteilen kannst. Jetzt ist natürlich, äh, der ESC, ähm, hat man immer das Gefühl, das ist ein super queerfreundliches Umfeld und so, äh, wenn du das mal so ein bisschen vergleichst mit der, mit der Popszene, also jetzt gerne Deutschland, Schweiz, äh, wie auch immer, wo du halt den Einblick hast, ähm, wie ist das denn so im Vergleich? Also ich glaube, man muss dort schon mal eine Ebene, also ich glaube, die Popszene ist in vielem schon mal viel queerfreundlicher als irgendwie sonst ein Land, glaube ich, also es ist schon mal dort irgendwie eine Abstufung für mich. ich glaube aber, dass der ESC, also ich war so positiv überrascht, obwohl ich das ja erwartet habe und obwohl mir viele Leute das gesagt haben, wie unglaublich toll diese Community ist und wie viel Support und wie viel Liebe und wie viel, ähm, einfach, ja, es ist so viel Love da, ähm, und, und auch wirklich Leute, die sich für einen einsetzen, aber auch Leute, die einem, die einem schreiben und, und sagen, hey, dein Song, der gibt mir mega viel Halt, danke, dass du den rausgegeben hast und du merkst sowieso, wie, 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 also es fühlt sich für mich wie ein neues Zuhause an fast, weil, weil es so viel Wärme und so viel Liebe ist und das habe ich vorhin im musikalischen Kontext, äh, Kontext so, ähm, noch nie spüren dürfen. Ich glaube, da ist, da ist der ESC, was, ich glaube, ich würde sagen, was Einzigartiges auf, auf die ganze Welt bezogen. Ähm, ich kenne natürlich keine anderen irgendwie Vergleichsweisen, äh, Sachen oder, ich, ich glaube auch, ich habe gemerkt, als ich in L.A. war vor zwei Jahren, dass dort zum Beispiel die Pop-Szene viel, äh, also wo ich drin war, viel queer-friendlier war und, ähm, das schon mal mega anders ist, aber ich glaube, in Europa ist einfach, das ist, ähm, ja, mega schön. Man muss auch sagen, es gibt mega viel, was nicht so ist, auch im ESC selber, also, ähm, es gibt auch, äh, Kommentare und Sachen, die man zu hören bekommt, die nicht schön sind und, ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, oder das Schönste ist, dass, dass Leute setzen sich füreinander ein und ich glaube, wenn Leute irgendwie auch Kommentare sehen, die nicht okay sind oder so, dann schreiben sie drunter, hey, so, das geht nicht, dass du das so schreibst und ich glaube, das ist mega einzigartig und mega, mega schön, es ist, ich glaube, in dem Sinne ein mega Safe Space, obwohl es so groß ist und ich glaube, das ist eigentlich sehr eindrücklich für mich, weil es ist so riesig und dass es trotzdem schafft, irgendwie für verschiedene Leute ein Safe Space zu sein, in vielem ist, ist sehr eindrücklich für mich, ja. Gut, dann hätte ich noch eine letzte Frage, weil wir jetzt auch schon, glaube ich, lange genug sprechen und du wahrscheinlich auch weiter musst, aber natürlich interessiert mich auch, wie es für dich dann so nach dem ESC weitergeht, was so, was so die musikalischen Pläne sind, was kannst du da noch verraten? Hey, wir spielen Festivals im Sommer und haben auch schon sonst Konzertpläne und ich will Musik rausgeben, ich bin voll dran, ich habe verschiedene Songs, die am Entstehen sind, die teilweise auch schon ready sind, wo ich einfach mich freue, die rausgeben zu dürfen und ich glaube, ich freue mich einfach weiterzumachen, Musik zu machen und ich glaube auch, das unabhängig, das habe ich auch so mega gemerkt, so als ich den Song eingeschickt habe für den ESC, The Code, ich dachte mir so, hey, auch wenn das nicht klappt mit dem ESC, ich glaube, ich habe für mich was unlocked in diesem Prozess von diesem Loslassen in dem Camp und irgendwie mich fallen zu lassen und eigentlich wirklich nur weniger zu denken, was will ich machen, sondern mehr zu fühlen, was will überhaupt aus mir raus und ich glaube, das ist für mich ein mega wichtiger Prozess, der entstanden ist, der mir auch für die jetzige Musik einfach unglaublich hilft, weil ich glaube, ich habe so viel Freude am Musikmachen wie schon lange nicht mehr durch diesen Prozess und ich glaube, ich freue mich einfach, diese Songs dann rausgeben zu dürfen. Okay, wenn wir das jetzt nicht als gutes Schlusswort nehmen, dann weiß ich auch nicht. Super. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, Sonja. Was für ein launiges Interview. Sehr schön. Super. Da muss ich ja mal übrigens sagen, das ist mir jetzt beim Hören auch noch so aufgefallen, also Olli Alexander, da merkst du so, ja, das ist so der Profi und Nemo oder Nimo, wie auch immer, aber wir sind ja im deutschen Sprachgebrauch, also glaube ich, können wir dann, so wie wir gelernt haben, ja Nemo sagen. Nemo ist ja sehr, sehr frisch und das finde ich schon, finde ich schon sehr erfrischend, sehr schön. Ja, ich finde auch den Unterschied, den merkt man ja grundsätzlich in diesen Interviews. Also das sind ja jetzt auch wirklich Interviews, die macht man vorher aus und gut, natürlich kriegt man da auch irgendwie einen Zeitslot, das heißt mit Olli muss ich dann auch ein bisschen schneller irgendwie durch alles durch, aber er hat ja jetzt auch nicht ausschweifend auf irgendwas geantwortet, weil er wusste halt auch, okay, wir müssen jetzt in 10, 15 Minuten durch sein. Mit Nemo hatte ich ein bisschen länger Zeit, das merkt man dann natürlich auch, aber es war auch, zum Beispiel letztes Jahr mit Thea und Salina, das war auch, da habe ich auch gedacht, ja, halbe Stunde reicht locker und dann haben die immer weiter geredet und sich auch so zu zweit irgendwie so hochgeschaukelt und dann muss ich eigentlich fast gar nichts mehr fragen und zwar trotzdem super. Also es ist wirklich immer sehr unterschiedlich, wenn man diese Zeit hat und natürlich auch irgendwie bei, weiß ich nicht, sowieso mit jedem nur fünf Minuten hat oder so, dann wirst du diesen Unterschied halt kaum kriegen, aber bei diesen ausgemachten Interviews merkt man es dann wirklich auch immer und ja, fand ich auch von Nemo jetzt spannende Sachen, also klar, ich habe natürlich wieder nicht rausgekriegt, wie das Staging aussehen wird, wir müssen uns gedulden, aber da bin ich auch, da bin ich extrem gespannt drauf tatsächlich. Aber ich bin mal auf eine Sache sehr, sehr gespannt, ob Nemo jetzt anschieben wird, dass es eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe unter den ESC-Teilnehmern gibt. Ja, also das hat mich überrascht, also gut, dass die jetzt nicht sofort, dass jetzt weiß ich nicht, Albanien oder gut, dieses Jahr war Albanien nicht als erstes, aber dass so die Ersten das irgendwie starten und dann immer hinzufügen, ist wahrscheinlich eh utopisch, aber ich kann mir vorstellen, wenn die sich jetzt so bei den ersten Pre-Partys oder so treffen, dann wird es sowas vielleicht auch geben dann, aber das wäre natürlich irgendwie witzig, so von der EBU, irgendwie so, dass sie einfach dem Ersten die Nummer geben und dann wird immer die nächste Nummer hinzugefügt und dann wäre das wahrscheinlich die spannendste WhatsApp-Gruppe der Welt, da müsste man sich irgendwie reinsnicken und dann, ja, deswegen aber so, der Austausch, ich glaube, der kommt jetzt erst zwischen den allen, weil jetzt ja, wenn diese Pre-Partysaison dann losgeht und alle können sich auch treffen, das war jetzt auch in den letzten Jahrgängen, hat es sich ja so langsam wieder entspannt nach Corona, aber dass sie auch wirklich alle miteinander zu tun haben können und so, ja, und ich hoffe, dass jetzt endlich mal die deutsche und die Schweizer Sprache revolutioniert wird, weil dieses mit diesem, ein Artikel vor dem Namen, der Schweizer Sprache, da habe ich tatsächlich auch gar nicht mehr dran gedacht, aber dann kam es ja auch wieder, dass ich das auch schon mal gehört habe, das ist ja, das ist ja super nervig, also völlig unnötig auch, hat Nemo ja auch richtig gesagt. Das hatte mich so erinnert an, ich glaube, ist das nicht im Saarländischen auch, dass man irgendwie Silde oder so sagt, mit diesem S, was erinnert ist. Ja, genau, das ist ja hier Heinz Becker, da stellt sich ja Vorname und Nachname um, hier Gottschweig Sascha. Ja, das ist ja auch viel so in Bayern, mit dem Gottschweig Sascha irgendwie halt, aber dieses mit dem S irgendwie, das hatte mich so, also an diese Region so ein bisschen erinnert, da habe ich so gedacht, ach ja, guck mal, aber ja, gibt es irgendwie noch keine wirkliche, ja, so vergleichbare Geschichte wie im Englischen, dass man da irgendwie, also ich tue mich da ja tatsächlich auch immer noch so ein bisschen schwer und versucht mich da natürlich auch gut auszudrücken, damit das irgendwie auch respektvoll irgendwie auch bleibt, aber das ist natürlich so in der deutschen Sprache noch nicht so herkömmlich, also wir sind ja gerade so dabei, dieses, dieses Innen und so weiter auch in der deutschen Sprache so ein bisschen zu etablieren, das ist ja auch noch nicht so angekommen, für einige Leute ist das ja auch, ja, fast schon mit Hass irgendwie halt verbunden und das, wie sie dumm sind. Ja, ja, das ist halt irgendwie auch so ein bisschen, aber ich merke das halt auch selber, dass es mir manchmal so beim, beim Reden irgendwie halt dann auch manchmal so, dann noch ein bisschen zu leicht von der, von den Lippen geht, dass es, dass man es dann eben in dem Moment dann auch nicht so richtig macht, wie es eigentlich sein sollte, aber, ja. Ja, aber das ist ja völlig normal, weil das einfach so gelernt ist. Ja, ja, genau. Das geht mir ja genauso, das ist, das ist ja erstmal, ja, was heißt nicht schlimm, also ich meine, das Wichtige ist ja, dass man darüber reflektiert und probiert es dann irgendwie anders und besser zu machen und auch, vor allem auch versteht, warum man es, warum man es anders oder besser macht. Also, es ist ja nicht so, die wollen mir die Sprache verbringen, ich habe immer schon so geredet, so, nee, aber das ist so, man geht dann halt viel mehr auf Leute auch ein und da hat, hat irgendwie alle im Blick und sieht da die Bedürfnisse und so, das ist einfach das Wichtige da dran. Deswegen hatte ich auch erst überlegt, frage ich Nemo, erklärst du mir das nochmal oder wie auch immer, weil es ist ja auch irgendwie doof, aber ich hatte jetzt auch schon so den Eindruck, dass es Nemo durchaus ein Bedürfnis war, das auch einfach so zu erklären, dass es dann einfach mehr Leute besser machen und einfach auch nochmal, dass wir auch nochmal darauf hingewiesen haben, dass die Sprache da auch scheiße ist oder dass unsere deutsche und Schweizer Sprache da irgendwie ein bisschen blöd ist und dass es im Englischen alles halt viel entspannter geht. Ich finde ja sowieso, dass im Englischen vieles entspannter geht, also gerade müssen wir nur über du und sie reden, also das Englische zum Beispiel nicht hat und so und das macht es dann irgendwie einfacher und das ist genau mit diesem Pronomen they ist es ja auch. Also ja, aber da muss man jetzt auch zum Beispiel mal wieder die EBU loben, auch wenn wir irgendwie manchmal drauf rummotzen oder so. Die EBU hat glaube ich vor, ich will nicht lügen, aber ich glaube vor drei Jahren haben sie eingeführt, dass sie auf diesen Artist-Seiten, also sie machen ja immer pro Land dann eine Seite hier, dann kann man alle Acts halt einzeln aufrufen und dann stehen da die Namen von Band, Sänger, Sängerin, wie auch immer, wer halt jeweils dann antritt und dann haben sie angefangen, da die Pronomen in die Klammern dazu zu schreiben und das war natürlich die letzten Jahre, war es dann immer das, was du auch den Leuten zugeschrieben hättest und jetzt haben wir die ersten zwei non-binären Acts und das ist da, weißt du, da hat sich auch die Jahre davor schon diese Offenheit dann einfach durch dieses Detail gezeigt, fand ich. Das heißt jetzt nicht, dass deswegen Nemo und Bermithak jetzt gesagt haben, wir machen da mit und hätten das sonst nicht gemacht, nee, aber es war einfach so, es war einfach als Detail zu sagen, wir gehen da drauf ein und einfach durch so kleine Sachen das irgendwie immer weiter zu öffnen und Leute da, alle Leute da willkommen zu heißen, das finde ich gut und das ist mir halt damals schon aufgefallen und ja, wie gesagt, jetzt ist es ja das erste Mal, dass man das dann auch wirklich, dass man das nachguckt und sagt, ah, okay, non-binär. Ja, beim ESC sind auch alle willkommen, also das finde ich, das muss sich dann auch mit diesen Dingen auch daran widerspiegeln, das finde ich auch. Dann haben wir ja noch auf dem Zettel, dass es ja noch zwei Vorentscheide gegeben hat und somit ja auch einen Siegertitel und ich finde, das war am 9. März am Samstag, eigentlich gegensätzlicher konnten eigentlich die beiden Vorentscheide nämlich gar nicht sein, nämlich das Finale des Melodiefestivalen in Schweden und das Festival der Canção in Portugal, also das war schon, ich will nicht sagen zwei verschiedene Pole, aber es so von der, von der Herangehensweise der Musik und so weiter war das schon, ja, sehr, sehr unterschiedlich und fangen wir doch mal beim Melodiefestivalen an, kurzum, letztendlich sind die Sieger des diesjährigen Melodiefestivalen und gleichzeitig natürlich die Vertreter Schwedens beim ESC, Markus und Martinus mit ihrem Song Unforgettable, sie haben im vergangenen Jahr, waren sie schon bei Melo, dort haben sie den zweiten Platz hinter Loreen mit dem Song Air gemacht, die beiden sind eigentlich aus Norwegen, Elverum heißt der, heißt der Ort, das ist so nordwestlich von Norwegen und haben schon seit 2000 und 2011 muss das glaube ich, nee 2012 haben sie ihren, das ist hier ein kleiner Zahlendreher, ihren Durchbruch hatten sie bereits 2012 beim Melodie Grand Prix Junior, also sie haben da wohl so eine, auch so eine Junior Version vom norwegischen Vorentscheid und 2015 hatten sie mit ihrem Debütalbum High den ersten Erfolg und jetzt dürfen sie auch zum ESC und ja, bleiben wir erstmal eben kurz bei dem Beitrag, ist das ein würdiger Sieger für dich Sonja? Ja schon, also es ist es ist jetzt halt relativ also jetzt können wir schon wieder sagen generischer Pop, wir sagen es die ganze Zeit, aber es ist halt auch wirklich Pop, es ist, ja, es sind, die sind jung, deswegen klingt jetzt auch nicht, als wäre es irgendwie Pop aus den 90ern, das klingt schon einigermaßen fresh und sie machen das halt auch fresh allein durch ihr Auftreten, ist jetzt nichts, was irgendwie die Popwelt revolutioniert, ist aber glaube ich, aus dem Feld, war das das, was man wählen konnte und du hast es auch beschrieben, letztes Jahr halt gegen Lorraine hatten die keine Chance wie alle anderen dahinter auch, deswegen war es jetzt auch nicht so ungewöhnlich, dass sie sagen, wir treten nochmal an, wir haben einen ähnlichen Song, ich finde so unterschiedlich klingen die tatsächlich auch gar nicht, machen da nochmal diese Show, die halt leider wenig Publikumsbezug hatte, also das sah lange auch irgendwie wie so ein Video aus, da denke ich immer an Benjamin Ingrosso, steht der überhaupt auf der Bühne, dieses Gefühl hatte es halt länger, aber sonst finde ich das absolut okay und ich glaube auch, dass, also Schweden wird damit auch wieder in die Top Ten kommen, dann lustigerweise mit zwei Norwegern, aber ja, ich kenne die tatsächlich, also was heißt kennen, aber so im norwegischen Popkosmos sind die mir immer mal wieder irgendwo begegnet, als sie noch so Kinderstars waren und jetzt sind die ja dann so ein bisschen nach Schweden, auch haben da ihre Karriere vorangetrieben und jetzt auch zum zweiten Mal bei Mello dabei und so, es ist halt witzig, dass sie jetzt für Schweden antreten und am Ende, ja, besser abschneiden als Norwegen. Also ich muss auch sagen, als das Finale lief, ich habe mir da so zwei letztendlich dann gelb angemarkert, wo ich gedacht hätte, ja, das könnte tatsächlich irgendwie was werden, das waren auch tatsächlich die beiden mit Unforgettable, weil das natürlich trotzdem, auch, man kann natürlich immer so sagen, die Schweden und so weiter, aber der ganze Abend über bin ich einfach auch trotzdem gut unterhalten worden und dann war das auch wirklich so, dass die beiden wirklich auch, ja, das wirklich auch hingenagelt haben und zu Recht dann auch wirklich das Rennen gemacht haben. Ich fand den Auftritt, der kam dann gleich danach, der von Dotter, den fand ich letztendlich auch nicht so schlecht, das fand ich sogar noch ein ganz klein bisschen besser noch, als sie in der Vorrunde aufgetreten war. Nun kann man dazu natürlich stehen, sie hat ja so ein bisschen Glück im Unglück gehabt, sie wäre ja damals auch beinahe zum ESC gegangen, wenn sie nicht mit einem Punkt hinter den Mamas irgendwie stecken geblieben wäre, wenn sie gewonnen hätte, wäre sie trotzdem nicht zum ESC gekommen, weil das war ja dann leider der Corona-Jahrgang und das war natürlich, ja, das ist ja immer noch dieses Bulletproof, ist halt immer noch dieser große Hit von ihr, aber ich fand jetzt auch in diesem Jahr fand ich diesen Auftritt, den fand ich schon irgendwie auch ganz groß, ich fand auch, da war ja noch die Maria Suhr, die hat ja dieses Finale da eröffnet, das war auch in so einer ähnlichen Optik irgendwie halt sehr, sehr, sehr modern und so weiter, dann war ja zum fünften Mal beim Melody Lisa Ajax dabei, die fand ich aber dieses Mal nicht ganz so großartig, ich weiß jetzt aber allerdings auch nicht so genau, die ist ja, ich weiß nicht, in welchem Monat ist die schon sehr fortgeschritten schwanger, das konnte man ja auch beim Auftritt gut sehen und da ist es ja glaube ich auch immer so ein bisschen so, dass schwangere Frauen so mit der Luft und so weiter auch ein bisschen Probleme haben, geschweige denn wirklich dann auch gut zu singen und das war vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen dieses Thema, ich glaube, was auch immer noch sehr gehypt war, war ja dieses Smash into Pieces, das fand ich aber leider ein bisschen lahm, also das hat mir nicht so gut gefallen und letztendlich muss ich sagen, hat da jetzt auch tatsächlich in dem Bereich wirklich der beste Song wirklich auch gewonnen, muss ich, muss ich auch sagen und ich glaube auch, dass die ganz vorne mitspielen werden. Hast du da noch andere Songs für dich gehabt, die du sonst auch gerne da gesehen hättest in Malmö? Also ich mochte Smash into Pieces, weil ich die einfach auch letztes Jahr total mochte, aber letztes Jahr wären die meine Sieger gewesen tatsächlich auch, weil also da fand ich das Lied noch besser als dieses Jahr. Dieses Jahr hätte ich sie auch gerne beim ESC dann gehabt, also ich mag einfach diese Art von Musik und das ist so, vielleicht fehlt die auch ein bisschen in dem Jahrgang, aber na gut, ich meine, die sind letztes Jahr dritter geworden, sind sie wieder dritter geworden, das war aber, das war ein schöner Auftritt, das hat mir gut gefallen trotzdem. Bei Dotta habe ich einen kleinen Rant, also natürlich, sie kommt nicht mehr an Bulletproof ran, leider, der Song war, ging so, der hatte seine Momente, der hatte seine guten Melodiemomente, der hat sich auch gezogen und mein Rant ist aber was anderes. Ich habe mich aufgeregt, was sie da mit dem Klavier gemacht hat. Was ist das so? Ich glaube auch, es gibt kein Instrument, was beim ESC oder bei Auftritten bei Vorentscheidung nehmen wir jetzt halt einfach mal mit rein. So, ich traue mich gar nicht, das Wort zu sagen, aber so misshandelt, der wird wie ein Klavier. Hallo, also der Klavier wird hier angezündet, der wird drauf rumgeturnt, wird drauf rumgesessen, dann wird es noch als Sarg benutzt, was ist alles schon mit dem Klavier passiert? Ey, was haben die alle gegen Klavier? Und die meisten, oder eigentlich so ziemlich alle, die das gemacht haben, die haben wenigstens noch so pseudomäßig kurz drauf gespielt. Aber Dotta hat ja nicht mal, die hat ja nicht mal im Ansatz drauf gespielt, die ist ja nur da drauf rumgeturnt und hat sich da drauf geregelt und so, ey, wenn ich Klavierbauer wäre, ich wäre ausgerastet vom Werde, so ey, was machst du da? Also such dir irgendwie, weiß ich nicht, kauf dir einen Ikea-Tisch oder so, was machst du mit dem Klavier? Und das hat mich auch so abgelenkt von allem, dass ich gedacht habe, naja gut, ESC-Beitrag ist das jetzt nicht. Also wie gesagt, ich trauere da immer noch Bulletproof hinterher und mit dem mit dem Disco-Kugelhemd, kann man das so sagen? Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, mit diesem Glitter, ja, ja, genau, oder Pailletten oder so. Ja, ja, aber halt angestrahlt und so. Oder so Spiegelplättchen waren das, glaube ich, und die wurden dann angestrahlt und das hatte dann diesen Effekt. Genau, aber ansonsten habe ich gedacht, ey, Mann, das arme Klavier, Leute. Und wenn wir jetzt nochmal auf den Unterhaltungswert der ganzen Show kommen, müssen wir den Elefant aus dem Raum räumen. Wie geil waren bitte Björnsohn? Das war jetzt, glaube ich, mein Highlight der ganzen, deins nicht, ich höre es schon, egal, das Highlight der ganzen, äh, für ganz Vorentschnittsaison, Björnsohn. Fantastisch, wie lustig war das? Einfach da irgendwie Erik Sade und Mons Sammerlöw und lauter andere vermutlich bekannte Schweden, die ich alle nicht kannte, da zu so einer Boyband zusammenzustellen. Doch, doch, das war großartig, fand das auch super. Ja, ja. Das war ja so, wie soll man sagen, vielleicht war es so ein Mini-Love-Piece-Piece, also natürlich auch mehr mit Schweden-Bezug und hier und wir singen im großen ESC auch so nicht bringen kannst, aber von der Art her hat mir das große Hoffnung gemacht, dass da irgendwie, dass wir da wieder irgendwelche unterhaltsamen Dinge auch beim großen ESC sehen werden, weil das war, ich hab mir das paar Mal danach auch noch auf Video angeguckt, weil ich das einfach so lustig fand. Wer war denn dieser, das hab ich jetzt gar nicht mehr geguckt, wer war denn dieser Ältere, der war, der kam mir auch so bekannt vor, da war doch noch so ein Älterer auch gleich noch dabei, der muss wohl auch so. Mir kam der nicht bekannt vor, deswegen kann ich's dir nicht sagen. Ja, also, ja, können ja, die Zuschauer oder die Zuhörer können ja da noch mal uns noch mal schreiben, das hab ich jetzt noch gar nicht recherchiert, das war, glaub ich, auch irgendwie aus ganz früheren Mello-Zeiten, glaub ich, noch mal jemand. Und, nee, also, in dem Zusammenhang muss ich ja tatsächlich auch mal sagen, ich hab mich ja schon des Öfteren auch geoutet, dass ich kein großer Mello-Fan bin, muss ich ja ehrlich sagen, aber man muss immer wieder wirklich ehrlicherweise sagen, diese ganze, diese ganzen Mello-Wochen, die sind einfach auch gut durchinszeniert und wir werden sicherlich auch, so ähnlich werden wir das auch beim ESC in Malmö wieder erleben, dass das schon auch wirklich sehr unterhaltsam sein wird und ich glaube, dieses, dieses Stück mit dieser, mit dieser Boy-Band da so am Ende so ist noch mal, immer noch mal, sie finden auch noch mal so ein Wink, sich über sich selber auch noch mal lustig zu machen, ohne dass es platt wird und das ist schon, das ist schon sehr, sehr gute und gehobene Unterhaltung, das muss man schon sagen und da kann man nicht einfach so sagen, oh und die Schweden und wie furchtbar und so weiter, das ist schon, finde ich manchmal, sehr unterhaltsam und da gibt es weitaus schlimmere Vorentscheide und ich hab mich trotzdem, auch wenn ich sicherlich bei der ganzen Line-Up in dem Finale manchmal dachte, ach ja, hört sich an wie das eben und so weiter, aber ich hab mich trotzdem gut unterhalten gefühlt, weil alle Songs eigentlich auch sehr gut in Szene gesetzt wurden, alles ein bisschen anders, das mit dem, mit dem Klavier muss ich sagen, okay, das ist jetzt bei Dotter, weil der, es geht ja auch, it's not easy to write a love song irgendwie, das hat dann diesen Bezug Ja, du probierst es gar nicht, setz dich ans Klavier. Ja, aber das, wenn man, wenn man sie dann auf so einem normalen Podest gestellt hätte, das würde ja gar nicht, das würde ja gar nicht wirken insofern und auch dieses Frottee-Kleid, was sie da anhat oder diesen Anzug irgendwie, das hatte auch eine, hatte auch eine Optik irgendwie, das war auch irgendwie alles ganz toll und das sind so Geschichten, ähm, das würde man in, in anderen, äh, vorentscheiden, diese Gedanken würde man sich irgendwie gar nicht machen und deswegen ist das natürlich auch bei dem Mello eigentlich auch immer, äh, gut anzusehen und das macht auch wirklich, äh, macht auch wirklich immer, immer wieder Spaß und auch diese Intervallsachen und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so, so lustig, äh, fand mit diesem, das ging ja über die ganzen Vorrunden auch, dass da dieser eine Moderator, der Moderatorin da immer so wie so ein Stalker irgendwie da gefolgt, das fand ich jetzt irgendwie nicht ganz so witzig, aber, ähm, ähm, ansonsten, ähm, ja, ist eigentlich nochmal so ein schöner Abschluss dieser ESC-Saison und, ähm, das, äh, hat mich einfach irgendwie ganz groß und toll unterhalten, muss ich sagen. Ja, ich glaube, die Kritik, die es so am Mello gibt, die geht ja auch eher auf die Inhalte, also, dass man sagt, die Songs, die sind dann zu generisch, zu poppig, irgendwie so, ja, also, ich glaube nicht, dass da so viel über die Show gemotzt wird, ist jetzt jedenfalls einfach nur mein Eindruck, aber vielleicht, vielleicht liege ich da auch falsch, aber es ist halt, ich meine, ich habe das dann auch gedacht, weil wir haben zwölf im Finale gesehen, die haben sich ja auch irgendwie durchgesetzt ins Finale, da wird ja auch kräftig gesiebt und dann siehst du da irgendwie, weiß ich nicht, dieses, dieses total lahme, happy that you found me oder so, und du denkst so, ey, was war denn sonst noch, wenn das irgendwie weitergekommen ist, also, das gab es ja dann auch, dass man denkt, okay, da ist jetzt nicht alles ESC-tauglich, was ihr da in eurem Finale habt und ihr habt schon kräftig gesiebt, aber das ist jetzt vielleicht in anderen Vorentscheiden auch nicht so und dass man sagt, okay, die musikalische Vielfalt, ging tatsächlich, haben wir auch schon schlimmer erlebt in den letzten Jahren, aber ja, war okay und vor allem im Vergleich zu dem, was wir gleich noch besprechen, wo ich gar nicht viel beitragen kann, weil ich nach Melo da gar keinen Bock mehr drauf hatte, aber da ist das, da ist tatsächlich das Melo trotz aller Kritik noch viel mehr meine Show. Ja, also, man muss schon ehrlicherweise sagen, ich habe glaube, ich habe nicht alle Vorrunden gesehen, aber ich glaube, die ersten zwei, drei irgendwie, das war schon in, das hatte schon seine Längen, also, da sind schon, glaube ich, auch tatsächlich die, gesiebt worden und ich glaube, es geht ja um zweierlei, das eine ist halt, da geht es erst mal einzig und allein um die knallharten Einschaltquoten in Schweden, da geht es noch mal in dem Moment gar nicht so um den, ja, um den Beitrag für den ESC und insofern will man das dann über die verschiedenen Wochen irgendwie auch dann füllen, das ist, glaube ich, dann so das eine, also, da könnte ich mir, da würde ich mir tatsächlich auch mal ein bisschen wieder spannendere Sachen irgendwie wünschen, aber gut, auf der anderen Seite, der Erfolg gibt ihnen recht, ne, also sie spielen immer vorne mit dabei und letztes Jahr haben sie das Ding sogar gewonnen, also insofern, warum sollen sie da großartig jetzt was ändern, ne, wenn das jetzt nicht im Moment angesagt ist, ne. Ja, und ja, du hast schon eben angedeutet, ähm, wenig später, irgendwann, ich war das, glaube ich, um 22.10 Uhr, die Portugiesen fangen ja immer ein bisschen später an mit ihrem Abendprogramm, also auch mit ihrem Festival der Canção, was dann auch gleichzeitig der Vorentscheid für den ESC irgendwie halt ist, da hat, äh, gewonnen Yolanda mit dem Song Grito, was übersetzt Schrei heißt, ähm, ist eigentlich auch kurzer Ziel, Yolanda, äh, zog nach ihrem Musikstudium mit 17 Jahren nach Lissabon, wo sie dort ihren Abschluss in Kommunikationswissenschaften machte, sie hat dann auch noch in London am British and Irish Institute of Modern Music an der Universität of Sussex Songwriting studiert, ja, und in ihrem Song geht es darum, sich daran zu erinnern, dass es von uns verschiedene Versionen gibt, dass, ähm, ja, der, der, der Auftritt, ähm, sie ist so in Weiß gekleidet, hat noch so, äh, ich glaube, fünf, äh, gesichtslose Tänzer, die auch in Weiß gekleidet ist, sie haben dann noch so über den Kopf auch, äh, solche, ja, ich würde mal sagen, so, 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 so Häkelüberzieher, würde ich sagen, man kann so ein bisschen die Gesichter erahnen, aber es sind so ein bisschen gesichtslose Tänzer, und, ähm, ähm, das ist, ähm, ja, eigentlich, ähm, also, ich bin eigentlich zufrieden mit dem, mit dem, mit dem Beitrag, ähm, ich bin da ein bisschen, äh, ein bisschen zwiegespalten, heute habe ich noch mal so ein bisschen reingehört, ähm, Philomania unter anderem, die wir auch aus dem ESC 2018 kennen, die hat das mit moderiert, das Finale, und, ähm, ich habe es mir noch mal über YouTube so ein bisschen übersetzen lassen, ähm, das fand ich, äh, teilweise so ein bisschen grenzwertig, das hatte so, ich würde mal sagen, so Barbara Schöneberger Vibes, ähm, neben diesem, doch, würde ich mal sagen, sehr ernsthaften, ähm, Festival, wollten sie da noch so ein bisschen so eine lustige Note reinbringen, und ich finde, das ist so ein bisschen, ähm, unnötig gewesen, sage ich jetzt mal, das fand ich irgendwie nicht ganz so, nicht ganz so, toll, obwohl ich finde, in den letzten zwei, drei Jahren hat sich dieses Festival wirklich, zu einem schönen Spiegelbild der dortigen, ähm, äh, Musik, äh, also, da sind schon auch, äh, ja, landestypische Sachen dabei, aber es ist nicht mehr so zwölfmal Fado, würde ich jetzt mal so sagen, und insofern hat es da auch tatsächlich so, ganz gute Sachen gegeben, bevor ich da irgendwie drauf eingehe, ähm, erst mal bleiben wir mal bei dem, bei dem Siegersong, ähm, gefällt der dir? Kannst du was damit anfangen? Ja, schon, also es ist jetzt nicht mein Lieblingssong, den ich mir ständig in der Studioversion dann, dann anhöre auf Kopfhörern, ich fand den aber so mit der Choreo ganz gut, so, ich finde, dass der durch die Inszenierung auf jeden Fall gewinnt, auch mit diesem, da wird ja viel mit Licht gespielt und so diese weißen Outfits und so, das, das finde ich ganz schön, ähm, muss man dann mal sehen, wie das auf der, auf der noch größeren Bühne dann irgendwie ist, aber, ähm, da kann der schon ein bisschen was, ähm, ich würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen und, äh, bei Feuer kommt ja ein Nutzer gleich angelaufen und wartet, bis man abgebrannt ist, um dann aus der Asche hervorzusteigen, aber, ähm, würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass er sich ganz sicher qualifiziert, aber, ähm, kann ich mir auch im Finale gut vorstellen und er nervt mich nicht so sehr wie letztes Jahr, also dieses Ay Kurasau, das war ja ein bisschen anstrengend so, da finde ich ihn schöner, weil er einfach so mehr so atmosphärisch ist. Wobei Ay Kurasau, äh, ist tatsächlich bei mir auch sehr, sehr gewachsen, ähm, die, ähm, die gute Mimik hat, ist, äh, da nochmal als, ähm, Intervall-Act auch nochmal am Ende nochmal, ähm, angetreten, äh, auch Black Mamba, äh, die 2000, helf mir mal, ich glaube 2021, glaube ich, äh, für Portugal, ähm, dort angetreten waren, haben da nochmal so ein Abba-Medley gemacht, also, ähm, Abba-Medley, keine Show ohne Abba-Medley. Ja, ja, genau, genau, also das, äh, das war noch irgendwie ganz schön, also, äh, insofern, ja, fand ich das irgendwie auch geil. Hast du dann nochmal so ein bisschen reingehört in den, in den Vorentscheiden, oder, ähm, hast du es dann mir überlassen? Ich hab's dir überlassen. Ich hab, hab den so laufen lassen nebenbei, hab gedacht, mal gucken, ob mich irgendwas catcht, wenn ich's, wenn ich's so nebenbei laufen lasse und nein, gar nicht, überhaupt nicht. Also, ich fand's ganz unterhaltsam, mir sind da tatsächlich, ähm, äh, vier Sachen irgendwie aufgefallen. Yolanda Migrito hatte ich mir tatsächlich hier auch angemarkert, das hat mich eigentlich auch tatsächlich sehr gecatcht, was ich noch ganz schön fand, die ist davor, äh, angetreten, nämlich die Nena mit, äh, Theorias da Conspiração, ähm, die hat mich so, also so von der Optik her hat die mich so ein bisschen an die Sängerin von The Course irgendwie halt erinnert und die hatte so ein ganz, ähm, die hatte eigentlich auch so einen, so einen ganz, äh, tollen Song. Das war fast so ein bisschen so in der Optik wie damals die Pender aus Österreich 2019 da, die war ja auch so umgeben von so senkrecht stehenden Leuchtstäben sozusagen. Sie ist allerdings dann auch aufgestanden und so ein bisschen äh, auf der Bühne hin und her gelaufen. Das fand ich irgendwie waren, war auch ein sehr schöner, ähm, äh, Song. Dann war noch, ähm, No Marker Featuring Anna Maria mit, äh, Asai Ta. Ähm, sah so ein bisschen so, ich würde mal sagen, so wie Mila Kuhlis, wenn die singen könnte irgendwie halt, ähm, das, das war auch noch so eine, so eine schöne Nummer und dann Rita Roscher mit, äh, Pontus Finais. Ähm, die hat zu Beginn, ähm, an der Harfe, äh, gespielt und, ähm, ist dann aber, da gab es dann auch noch mal so ein bisschen Aktionen auf der Bühne. Das fand ich eigentlich, äh, war auch noch irgendwie, äh, ganz schön. Also zumindestens, äh, konnte ich aus dieser, aus dieser Reihe der, der Zwölf, äh, konnte ich da vier ganz gute so für mich eigentlich rausnehmen. Da war noch eine Band, die, da hab ich so gedacht, ach ja, das ist so ein bisschen für Flammen auf Portugiesisch irgendwie. Das war die, das war so eine 80er-Jahre-Band, auch so in so ganz bunten Farben und so weiter. das fand ich jetzt nicht so. Aber man hatte, es gab, es gab so südamerikanische, ähm, Klänge. Also es war wirklich, ähm, das war wirklich sehr, sehr vielfältig. Ich hab so auch in den Vorrunden so ein bisschen reingeguckt. Da waren eigentlich auch irgendwie ganz schöne Sachen. Also man hat sich da tatsächlich so ein bisschen, äh, ich sag mal international geöffnet, ohne dass man jetzt irgendwie sagt, wir verraten jetzt irgendwie unsere, unsere hiesige Musik. Und das, äh, finde ich, äh, da, da haben die Portugiesen eigentlich, finde ich, einen ganz guten Spagat irgendwie hingekriegt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ähm, das, äh, das gilt es noch in den nächsten Wochen noch so ein bisschen zu analysieren, ob, äh, Jolanda wirklich es schaffen wird, auch, ähm, sich sogar in das Finale zu, zu bringen. Das, äh, das werden wir mal gucken. Aber auf jeden Fall, ähm, hat es sich sehr, sehr gelohnt. Ähm, man musste auch Gott sei Dank an dem Abend ja mal nicht parallel gucken, sondern man konnte sich in Ruhe das Mello erst mal angucken und hinterher dann noch mal in Portugal sozusagen den Abschluss der, äh, Vorentscheidssaison damit noch mal abschließen. Und das war dann ja irgendwie auch ganz, ganz schön. Ja, und damit haben wir dann eigentlich auch die Vorentscheidssaison irgendwie, äh, abgeschlossen. Und, ähm, ja, Sonja, dann hoffe ich ja mal, dass, äh, wir heute hier mit der Aufnahme so ein bisschen dein, äh, dein Loch in das du gefallen bist, weil es, weil du jetzt keine Vorentscheide gucken konntest, irgendwie so ein bisschen gefüllt haben mit, äh, mit, äh, Musikkritik und dass wir noch mal zwei Vorentscheide uns noch mal genauer angeguckt haben. Ja, auch immerhin. Hoffentlich ist bald Dezember. Du meinst, weil dann Albanien wieder losgeht, oder? Ja, genau. Irgendwas wird dann schon losgehen. Ja, sehr schön. Ja, Mensch, dann hatten wir heute eine richtig schöne, volle, äh, Folge mit, äh, mit ganz viel Musik, auch mit, äh, zwei tollen Interviews, dafür noch mal vielen Dank, Sonja. Ähm, und, ähm, wenn wir jetzt nichts weiter noch haben, da möchte ich dir das letzte Wort geben, wenn dir noch irgendwas einfällt, was du noch unbedingt aus dem ESC-Kontext noch, äh, loswerden möchtest. Was will ich loswerden? Hera Björk macht mit, hat sie gesagt. Das war ja noch nicht klar. Und jetzt wissen wir, Hera Björk ist dabei. Ich, ich freue mich so auf Hera Björk. Ihr könnt den Song alle langweilig finden, es ist mir scheißegal. Hera Björk ist beim ESC am Start. Ich finde es toll. Das war mein letztes Wort. Also das muss man ja tatsächlich noch mal sagen. Mir war das jetzt gar nicht so bekannt, dass das, äh, noch so auf sehr wackeligen Beinen irgendwie halt stand, weil es ja irgendwie erst mal hieß, dass, äh, Hera Björk eigentlich schon vorher gesagt hat, ja, wenn sie gewinnt, dann wird sie auch, äh, beim ESC antreten. Aber das war ja wohl im, äh, beim isländischen Sender wohl noch ein großes Thema, ob man das dann irgendwie halt macht oder nicht oder Hera gar nicht erst, äh, hinfliegen lässt oder so. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass, äh, dass sie jetzt auf die ESC-Bühne darf, ne? Ich finde es, ich finde es auch in Ordnung. Ich hoffe, dass, äh, dass Hera auch ins, ins Finale kommt. Ich glaube noch, dass es ein bisschen schwer wird, aber, ähm, wir gucken mal und wir, wir hoffen, dass sie das, dass sie das irgendwie, äh, hinkriegt und, äh, dass wir sie abfeiern können. Das wäre natürlich irgendwie ganz schön. Jetzt haben wir heute so viele, so viele im Halbfinale schon ausscheiden lassen hier in unserer Beziehung. Ich glaube, so viele können gar nicht ausscheiden. Nein, ich bin jetzt im Moment gerade so seit, ähm, ja, zwei Wochen irgendwie, dass ich immer mal so auf dem Weg zur Arbeit oder zurück irgendwie mir auch diese, die, die Playlist dann anhöre. Das mache ich ja tatsächlich dann immer so im, im Shuffle-Modus und, äh, ich skippe auch nicht, sondern ich, ähm, ich lasse mir, ich, ich lasse auch die Songs über mich ergehen, die ich gar nicht so gerne mag, aber damit ich so ein bisschen so einen gleichmäßigen, äh, Teppich sozusagen im Kopf, wo auch immer irgendwie habe, um, um mir da irgendwie so ein Bild zu machen, wer, wer könnte da das Rennen machen, wer macht auf jeden Fall nicht das Rennen und so. Und, ähm, im Moment ist es so, es, es geht gerade in die Phase über, naja, so doll ist der Jahrgang ja nun diesmal auch nicht, in, so schlecht ist es ja gar nicht. Also, ich habe neulich noch so ein, so ein TikTok-Video gesehen, da ging es auch einmal, einmal war es hier, was wir vorhin hatten, Griechenland und auch, ähm, hier, Joost Klein aus, äh, aus den Niederlanden, wo wir ja auch erst so, mhm, naja, gut, aber ich meine, der geht jetzt im Moment, ganz schön ab, der geht im Moment durch die Decke und da hatte ich auch so ein, so ein YouTube-Video, auch einer, der sich das das erste Mal anhört, so, hä, was ist das denn und so und dann war dann so im Untertitel nach hundert Mal, ja, super und so, so ähnlich ist das dann irgendwie, was hatte ich denn, ja, ich hatte neulich Hira Björk, hatte ich dann mal bei der Arbeit plötzlich so als Ohrwurm im Kopf, es ging dann über mehrere Stunden, also das, das passiert dann irgendwie halt auch und am Ende, also wenn dann die beiden Semis und das Finale losgeht, findet man eigentlich nur noch, findet man jedes Lied noch geil und das ist der beste Jahrgang ever und so weiter und man muss sich dann auch erst mal so ein bisschen an die einzelnen Songs so ein bisschen gewöhnen, dann steigt man noch mal irgendwie in die Texte ein und dann, dann ist auch alles gut, also dann, dann geht das auch und dann hat man auch so seine, seine Lieblingsfavoriten. Das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Woche dann beginnen, dann werden wir uns mit dem ersten Semifinale, über das erste Semifinale beugen und mal gucken, ob ihr der gleichen Meinung seid wie wir. Ja, manchmal sind wir beide ja noch nicht mal der gleichen Meinung, was ja auch ganz schön ist. Dann ist es am besten, genau. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir machen den Sack zu. Das war der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Weitere Infos über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Wir würden uns über Erwähnungen in Social Media freuen, aber auch über Kommentare auf unserer Website. Abonniert uns gern auf Spotify, Apple Podcasts und YouTube. Wenn ihr Lob, Fragen, Anregungen oder Kritik loswerden wollt, könnt ihr uns gern eine Mail an kundendienst at escgreenroom.de schreiben. Ja, dann hören wir uns schon in 14 Tagen wieder und da draußen noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und wir hören uns wieder. Also bis dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.